Metal Leute, Doppel Metal, möchtest du eigentlich anfangen oder nicht mehr? Nein Leute, diese scheiß Hurensohn, was geht denn? N-Wort, 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 ja, was geht ab? Das N-Wort der Woche kühlen, indem wir einfach jede Woche uns ein neues Wort mit N raussuchen. N-Wort. Ich bin ja sehr für Neubauwohnung. Ah, okay. Nüsschen-Gate. Nüsschen-Gate? Nüsschen-Gate, das größte aller Verbrechen. Wusstest du eigentlich, dass das Watergate, dass der Watergate-Skandal aufgrund des Hotels so benannt wurde? Ich dachte, der wäre aufgrund von Napoleons größter Niederlage so benannt worden. Wieso hat Napoleon damals bei Watergate gekämpft, oder was? Nee, aber in Waterloo, ich habe keine Ahnung, was Watergate ist. Nee, aber Watergate war tatsächlich damals ein Hotel. Da haben die sich irgendwie, glaube ich, eingemietet und dann ist aufgedeckt worden, dass die hier böse Sachen gemaket haben. Wusstest du, dass es anscheinend funktioniert, Verschwörungen mit anderen Verschwörungen zu überdecken? Wie meinst du genau? Zum Beispiel der Fall Gamergate, wo es eigentlich darum ging, dass aufgedeckt wurde, wie viele Journalisten und Publisher viel zu eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig Scheiße zuschustern. Also hier, darfst du eine Woche früher, als die anderen spielen, dann muss die Review aber auch entsprechend aussehen. Aber am Ende ging es nur um die armen Frauen. Nee, nee, teilweise in WGs und sowas gelebt haben. Als das aufgedeckt wurde, wurde dann einfach auch noch behauptet, okay, die Gamer sind halt rassistisch, das existieren, pack. Passiert, passiert eben. Passiert im besten. Komplett aus dem Fugen geraten, die Scheiße. Ja, ich sage auch, meine besten Montage beginnen die erstmal mit einem Besuch in der Personalabteilung, nachdem ich am Wochenende ein paar recht radikale Witze in der WhatsApp-Gruppe gepostet habe. Ein harmloses Meme, wie die AfD sagen würde. Aber was mir da auch aufgefallen ist, noch zu der Sache ist. Was zu welcher Sache, zu Gamergate? Ja, also pass auf, wenn über KuchenTV ein Artikel geschrieben wird, über die KuchenTV-Shoyoka-Thematik. Und da ist 90% absoluter Scheiß drin am Stehen. Aber dann steht da so ein Satz, es ist Frauenhass, wie damals bei Gamergate. Dann sagt ein KuchenTV einfach, nee, bei Gamergate war das echter Frauenhass. Da denke ich mir so, Digga. Warst du ein falscher Frauenhass? Diese Zeitung lügt durchgehend über die Ereignisse, die dich angehen. Wie kommst du darauf, dass die eine legitime Quelle dafür sind, was bei Gamergate passiert ist? Wieso glaubst du, dass die nur bei dir lügen, oder was? Ey, ist dir mal aufgefallen allgemein, wie verpönt es ist, dass man nicht den Öffentlich-Rechtlichen kritisieren darf, wenn man family-friendly ist? Ja, ja, ja. Ey, das... Du wirst halt immer, du wirst halt, wenn du den Öffentlich-Rechtlichen kritisierst, wirst du halt schnell mal in eine Richtung gedrängt, ne? Sagen wir es mal so. Aber angeblich bist du halt immer rechts, ne? Wobei es ist... Ja, ich wollte es nicht, ich wollte es nicht genau so sagen, aber, ja, ja. Letztens hat Stay, Stay wurde ja vom Öffentlich-Rechtlichen auch mal wieder angefickt und war sauer, ist super sauer deswegen. Hat er wieder sein Mikrofon auf 10 cm hier im Mund, oder auf 0,1 cm Mundweite gebracht? So ungefähr. Ey, voll krass. Ey, du weißt, dass es krass ist, wenn Stay irgendwie so sein Mikrofon inhaliert. Ne, du weißt nicht, warum das ein Nachbuch ist. Er hat auch 13 Fragen, kommt zu ihm und sagt, Amenakudum, wir wollen über ein AfD-Verbot reden, willst du reinkommen? Ja. Hat der gesagt, oh ja, das ist ein so wichtiges Thema für mich, da würde ich auf jeden Fall reinkommen. Cool. Dann haben die gesagt, alles klar, dann merken wir dich mal vor. Dann haben die ein Vorgespräch geführt, so Amenakudum, hier, bla, bla, bla. Beim Warte des Propheten, ja, 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 ja. Und so weiter. Da ist er auch durchgekommen und dann haben die ihm einen Termin auch schon genannt. Dann hat er angefangen, ein Zeug zu buchen, haben sie ihn kurz vorher abgesagt. Weil ein paar andere Gäste abgesagt hätten, er zweifelt das an. Er, also er hat explizit gesagt, er zweifelt das an. Aber dann war die Diversität nicht mehr gegeben und deswegen mussten sie auf ihn verzichten. Heißt, eventuell ist er für die Frauenquote halt rausgeflogen. Was schon lustig wäre, wenn es halt jemanden trifft, der halt sonst so super woke ist. Ist das diese 13-Fragen-Geschichte über Politik ist zu alt gewesen oder kommt das erst? Ja, es kommt wohl erst noch. Okay, okay. Es soll explizit um ein AfD-Verbot gehen. Weil die Politik ist zu alt, 13-Fragen-Grode. Möchte ich mir auch noch mal im Stream angucken. Das ist auch super dumm einfach. Dieses dumm Geschwätz von jungen Leuten. Man muss unbedingt auf junge Leute hören. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe dieses, hier junge Politiker sehe ich so ähnlich wie Frauenquote. Ich hätte gerne einfach kompetente Leute in der Politik. Das muss ich jetzt eh sagen. Ohne die Korruption waren viele Leute große Fans von Philipp Amthor. Obwohl der halt jung ist. Aber der hat ja damals eine ziemlich nice Reden gehalten. Der war halt auch immer respektiert, weil der halt jemand ist, der Zwischenfragen zulässt und das dann auch beantwortet bekommt. Das ist halt so quasi die höchste Kategorie, sag ich mal, die höchste Skill-Klasse, aktiv Fragen zuzulassen. Weil die meisten, ich kann es mir nicht erzählen, die sagen zwar immer, nein, mit der AfD hätte ich nichts oder mit den Linksgrünen, da rede ich jetzt nicht. Aber in Wirklichkeit ist es halt auch ein super leichter Mechanismus, um einfach nicht sich, also wir alle können, ich kann auch einen ganzen Haufen über Quantenphysik jetzt googeln und dir ein kleines Referat über Quantenphysik halten. Willst du auch frei sprechen, dass man es auch in der letzten Reihe hört und hast du auch wiederverwendet? Und ich würde basteln, so mit Pappe und so. Oh, geil. Geil, machst du einen Quantenbeschleuniger aus Pappmaché? Im Prinzip ja. Das ist schon sick. Ein schwarzes Loch. Okay. Solange ich dir das erzähle, was ich mir vorher in Ruhe durchgelesen habe, wirst du ja nie wissen, wie tief mein Wissen da ist, ne? Ja. Ich hatte es am Wochenende auch wieder in der Kneipe, da hat mir jemand übelst einen Schwachsinn erzählt. Was hat er dir verzönt? Ich will das Thema nicht aufmachen, weil das wieder hochpolitisch ist. Oh, schwer. Es ging mal wieder um den Nahostkonflikt. Verdammt, dich schon wieder. Ich habe mich beim Quatschtütenwürger darüber, ich habe mich gefragt, so, und ist Afra da? Und er so, ne, die ist momentan Frank, weil ich so, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Allah. Ich habe keinen Bock, heute wie in einem Gespräch über den Nahostkonflikt zu reden. Da kommt ein Kollege und sagt so, ey, willst du mal über den Nahostkonflikt reden? Bist du pro Palästina oder Israel? Teil, halt doch deine Fickfresse, Arme da. Stell dir mal vor, stell dir mal vor. Ey, bist du pro Palästina oder Israel? Wie so ein Putzerfisch dann. Dann hat er mir halt übelst einen an der Backe gequatscht und das habe ich danach gegoogelt und habe nichts davon wiedergefunden. Und dann dachte ich so, ja, okay, geil, Alter. Aber in dem Moment, ich bin kein, der sagt, klingt keine Scheiße, weil ich bin halt. Du bist höflich, kennt man so gar nicht von dir eigentlich. Ich bin im echten Leben übelst höflich. Du bist ein super und unhöflicher Bastard, Alter. Bullshit, ich war im echten Leben auch zu dir super höflich. Ich habe dich durch diesen scheiß halben Bahnhof da geführt, weil du halt eine blinde Missgeburt bist. Ja, das stimmt. Aber du hast ja auch was draus gezogen, ne? Ein geiles Wochenende. Ach so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und gucken wir uns mal jetzt an. Jetzt sind wir einfach die bestesten Freunde der ganzen weiten Welt. Wir sind wie Spongebob und Patrick. Außer, wenn wir gerade mal wieder Beef haben. Ja, gut, aber der ist ja von anderen inszeniert. Der kommt ja nicht von uns. Hast du den letzten großen Uffi-Skandal mitbekommen? Dass er bei dir im Stream war? Ja, er hat einfach zweieinhalb Stunden mitgechattet, rumgechillt und sagt zum Schluss, Joke, ich war es, der Uffi. Voll geiler Joke. Hat sich voll gelobt. Einfach auf links. Da hat er einfach alle Lachen auf seiner Seite gehabt, ne? Dann habe ich schon gesagt, ja, okay, verpiss dich. Da hat er sich einen neuen Account erstellt. Der direkt mal blankes Profil kommt rein, Servus. Servus, Servus, zwei Minuten später. Ich bin übrigens wieder Uffi. Hahahaha, dieses Getroll. Ey, voll geil getrollt, ey. So hops genommen. Ey, da haben bestimmt alle vier Freunde auf dem Discord geklatscht. Alle vier Hände haben geklatscht, ne? Alle viere. Alle. Der von seiner Mutter und von ihm. Das ist für die natürlich ein Wunderpunkt, aber ist okay. Okay, eine andere Sache, die ich beobachtet habe diese Woche. Warte, ich will ja einen kleinen Skandal. Verzähl. Ich feiere im Moment da dieses Liliadi-Lied, äh, Poland, ne? Was heißt eigentlich vom Neustags-Mudas-Album? Ja, es ist ja noch ein Trailer. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich verkaufen, dass ich es schon gehört habe, ne? Aber... Ach so. Naja, aber ich kann dir sagen, ich fand es überraschend, dass der in dem Trailer eine Bibel verbrennt, ein Kreuz verbrennt, mit einem Jesus dran. Also so ein, ne? Kreuz mit Jesus dran. Ja, und der hat nur 45 Dislikes. Ich... Was? Ja, das war ich... Wie viel Aufruf hast du das Video denn? Das war ich jetzt... Aber trotzdem... Mehr ist eine Million? Digga, es ist so smooth, aber ruhig dich mal. Das Video hat 72.000 Aufrufe. Und mittlerweile, okay, 340 Dislikes auf 30.000 Aufrufe. Aber das geht, das geht wohl klar. Ey, dafür, dass Kreuze verbrannt werden und sowas, das ist ja hoch provokant. Du, solange keine Palästina-Verlage verbrannt wurde, ne? Passt das alles. Das ist ein schicke Thema, ne? Ich muss ja auch sagen, wenn du gerade bei Politik warst, ich habe die Wochen, also seit letzter Woche mal wieder was Nettes miterlebt. Du wirst wahrscheinlich mein Video zu Lena Schilling nicht gehört haben oder gesehen haben, ne? Ja, ich hätte auch nicht draufgedrückt, weil ich nicht weiß, wer Lena Schilling ist und so fand ich ganz gut dran. Eine ehemalige Klimaprotestin, Protestantin, keiner weiß, die noch vor einem halben Jahr gesagt hat, scheiße auf die etablierten Parteien, die sind alle orsch, das bringt doch alles nichts, wir haben keine Zeit mehr, ne? So, halbes Jahr. Wir drehen die Uhren mal so sieben Monate in die Zukunft, ne? Düpp, 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 zack, Spitzenkandidatin für die Grünen bei der EU-Wahl, ne? Das ist schon super wild. Ich habe das Zeit im Bild-Interview mit ihr gesehen, ne? Ich betitle sie sehr gerne als Wendehals, weil das ist sie halt nun mal faktisch, sie will sich halt mit keinen von beiden Parteien verscherzen, auf der einen Seite die Klimaproteste und die Grünen halt, ne? Ach so, ach so, Parteien im Sinne von Lagern. Ja, ja, im Parteien im Sinne von Lagern. So, sie macht nichts Ganzes und nichts Halbes, ne? Und das ist ja, ich finde ja auch, EU-Parlament macht auch für sie irgendwie Sinn. Ich halte sie persönlich für eine sehr krasse Opportunistin, ne? Ist auch nicht schlimm, wenn sie es wenigstens öffentlich kompensieren würde. Aber bei der EU, wenn du im EU-Parlament bist, kannst du auch nicht wirklich was falsch machen, ne? Weil da zählt die einzelne Stimme jetzt nicht so viel, wie man denkt, ne? Und ja, keine Ahnung, also, und es gab einen sehr witzigen Moment, weil es gibt sowas ähnliches wie das Neo-Magazin Royale, aber in Österreich halt quasi. Und da haben sie die nämlich interviewt, ne? Und da hat es nämlich eine witzige Frage gegeben, wann gibt es in Norwegen den Euro, ne? Und da hat sie auch mal so eine halbe Minute kurz überlegen müssen. Ist schon ein bisschen peinlich für eine EU-Spitzenkandidatin, ne? Ganz besonders, wenn man darüber denkt, dass sie über die Europäische Union ihre Studienabschlussarbeit geschrieben hat, ne? Ist schon. Bitte? Okay, aber als der normale Leeride da rumsitzt, wie peinlich das ist, dann halte ich mich mal zurück jetzt. Weil, also, keine Ahnung, du kannst mich auch nicht die ganze Zeit fragen, wo welcher Zug fährt. Und dann sagen, ist schon peinlich, du arbeitest bei der Bahn. Nee, ich würde das nicht vergleichen, weil die Kernkompetenz eines Politikers und die Kernkompetenz eines Wagenmeisters gehen schon weit auseinander. Ja, aber warum soll die über, äh, darüber Bescheid wissen, welche Länder alle den Euro angenommen haben und welche Länder, äh, ist Norwegen in der EU? Nein. Dann muss es wissen, okay. Ja! Okay, ja. Gibt es sich auch EU-Länder, die keinen Euro haben? Ja, die, äh, hier Spanien, ne, Spanien hat auch den Euro. Äh, nee, die Lira gibt es auch nicht mehr in Italien. Oh, gute Frage. Die Lira gibt es dafür noch in Türkei. Türkische Lira? Türkische Lira, ja. Aber die sind nicht bei der EU, oder? Hm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich bin auch kein EU-Politiker. Die wollten super Lagerrei und dann war doch dieses, ey, Amena, wir nehmen hier die Flüchtlinge auf. Dafür kommen wir in die EU und so. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mittlerweile reingelassen worden sind oder doch nicht. Ja. Ich weiß noch nicht, ob Erdogan allgemein pro EU ist oder ob der nicht eher auf dem Kontrast muss. Der ist super konservativ, Alter. Ich glaube nicht, dass der pro EU ist. Ja gut, aber auch Konservative können ja vielleicht da, sag ich mal, gelblichen Vorteil sehen. Ja, ja. Aber ich glaube Erdogan nicht. Aber das Ding ist halt, als drittes Welt-Shit-Holand und so rechne ich halt irgendwie die Türkei mit rein, so zum Teil. Ja, echt? Profitiert man ja eigentlich groß von der EU, ja. Natürlich. Ich glaube auch nicht, dass die Türkei sehr reich ist an, 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 äh, hier. Und deren Wirtschaft ist, glaube ich, ziemlich im Arsch. Also ich höre das immer hier von den Deutsch-Türken. Das ist ganz praktisch, weil desto behinderter deren Wirtschaft ist oder deren, desto schwächer deren Währung ist, desto, äh, bonziger können die sich im Heimatorlaub fühlen, ne? Ja. Ja. Weil dann Euro einfach mehr wert ist. Ja, ja, klar, klar, verstehe. Ja. Ja, ja. War auf jeden Fall ein peinlicher Moment, der auch über, äh, natürlich musste gleich mal eine Minute 30 Instagram-Story erstellt werden, ne? Um das Ganze zu erklären, wie peinlich doch das alles ist. Ich finde das sehr, ich finde, ich habe den Instagram-Kanal. Ja, von ihr. Ich habe den Instagram-Kanal von Lena Schilling so ein bisschen, ähm, mal durchgescrollt, als ich, äh, gestern am Scheißhaus war, ne? So gut. Und, äh, ich finde das sehr interessant, ne? Dass die bei jedem Event, wo die dabei ist, irgendwie ganz zufällig einen tollen Fotografen dabei hat, der irgendwie ein paar tolles, äh, Bilder von ihr macht, ne? Und auch hier so, wir wollen keine Blumen, wir wollen gleiche Bezahlung, ne? Am Weltfrauentag, ne? Das stellt sich vor irgendeine Wand hin, so eine Random-Wand, ne? Das fand ich auch sehr geil, ne? Also, es ist, es ist sehr, sehr befremdlich, wie viel Marketing für diese Dame gemacht wird. Wenn du sowas fühlst, ich schicke dir mal einen, äh, 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 ja, sorry, ich finde das halt, Luisa Neubauer war mal in Lützerath. Ja, mit dem Buch, ich weiß, mit dem Buch, ich weiß. Ja, oh, ich wurde aus Versehen fotografiert, oh, oh. Ja, ist das so, wie bei einer Klimascharkierer, mit der ich mal auf Bumble gematcht habe, habe ich dir die Story eigentlich mal erzählt? Ne. Bei uns gibt es eine sehr bekannte Klimakleberin, ich glaube, ähm... Warte mal, die Klagenfurt der Klimakleberin? Ne, die ist aus Wien, glaube ich. Die heißt Nadia Windl oder so, glaube ich, heißt die irgendwie, geiler Nachnamen auch, by the way. Und die wird Klimascharkierer genannt. Wenn du das Bild von ihr sehen würdest, wirst du verstehen, warum. Ähm, und mit der habe ich mal auf Bumble gematcht, ganz, ganz zufällig, ne, wie das so passiert bei Online-Dating. Und, äh, ich habe dann deren Profil Gott sei Dank nochmal hier gesaved oder gescreenshottet oder gescreenrecorded, wie du es auch immer nennen möchtest. Und die ist auch wieder mal aufgefallen, weil sie, äh, zu bekannt ist für Klimademos, ne. Und die ist auch immer, zufälligerweise ist da immer ein toller Fotograf dabei, wenn die irgendwelche Straßen mit Farbe bewirft oder so. Ja. Es ist so witzig, wie das Leben immer spielt, ne, das ist schon geil. Äh, boah, kriegst du das eigentlich momentan mit, wie neidisch hier die Klimakleberlappen auf die Bauern sind, weil die Bauern in der Gesellschaft großenteils Rückhalt haben. Ja gut, aber das ist ja auch ein nachvollziehbares Ziel, was die haben. Das, was die Klimakleber haben, ist ja ein sehr abstraktes Ziel, ne. Und vor allem ein erfüllbares, ne. Ja. Den Klimawandel aus Deutschland zu, äh, ne, ist vollkommen unrealisch. Klar, die sagt, man sagt man, ja, aber hier, die haben ja nur kleine Ziele, aber da fragt man sich dann halt, wie realistisch sind die halt. Aufs Gesamtkonzeptklima gesehen, ne. Und Bauern in der Welt. Ja gut, aber, also diese, diese, diese Rechnung, welches, welches Land, welchen Klima verbraucht hat, stimmt jetzt auch nicht ganz, ne. Weil, ja, ja, klar. Rechnungsthechnisch hat auch jeder pro Kopf Österreicher mehr Klimaverbrauch oder einen größeren ökonomischen Fußabdruck oder ökologischen Fußabdruck als ein Chinese zum Beispiel, ne. Also rein rechterisch. Ja klar, du musst dir halt deine Lieblingsstatistik aussuchen. Ja, klar. Pro Kopf oder insgesamt kommt immer drauf an, wie arm dein Scheißland ist, ne, oder halt nicht. Wenn dein Land reich ist, nimmst du Gesamt, wenn dein Land, äh, wenn dein Land armbisch scheiße ist, nimmst du pro Kopf einfach. Ja, ich nehm einfach die richtigste Statistik. Düb-düb-düb-düb. Die wichtigste Statistik ist, dass wir 1% machen, gefühlt 30% oder so aus und vielleicht sollten wir ja mal mit denen reden. Und nicht dem Bauern und dem kleinen Mann sagen, ey, hier, wenn du deine, ähm, gräbserregende Zucker durch ein Pappstrohhalm ziehen würdest, dann wäre uns allen viel geholfen. Ja. Du schau, ich, ich denke mir, ich mache meinen Teil so gut es geht und alles andere ist außerhalb meiner Hand. Ja, ich brenne den Müll, geht mir nicht auf den Sack. Ja, ich kaufe auch gerne Mehrwegverpackungen. Ich kaufe super gerne, äh, Tüten, ne. Also ich kaufe lieber Tüten, ich kaufe immer, ich bestrafe mich dann quasi selber, indem ich eine neue, äh, Mehrweg-Tüte kaufe. Achso, ja, das passiert mir aber auch oft. Und dann habe ich halt, ich habe mal eine sehr große Tüten-Tüte. Achso, und eine große, so wie so eine, wie so eine, ähm, wie ich die Tüten reinlege. Ja, wie so eine, wie so eine Babuschka quasi, ne, diese russischen Puppen, die so immer kleiner werden. Wenn ich dran denke, die Tüten-Tüte mal wieder ins Auto zu packen, habe ich ungefähr für zwei Jahre wieder Tüten. Okay, stabil. Naja, aber, äh, jetzt sieht man oft auf Twitter so Sachen, wie dann nehmen die das Schlimmste, was die Bauern gemacht haben, und sagen dann, das machen die Bauern und die anderen haben sich bloß auf die Straße geklebt. Was haben denn die Bauern das Schlimmste gemacht, irgendwie eine Autobahn blockiert oder was? Äh, ich glaube, die haben nachts auf der Autobahn ein bisschen, äh, Scheiß abgelegt. Ja, das war aber glaube ich in Frankreich, wenn mich alles täuscht, oder? Ja, die werden ja alle über den Haufen geschmissen. Ist auch okay, weil dann können wir auch alle Klimakleber über den Haufen schieben. Ja, ja. Dann, ähm, in Brüssel haben sie, glaube ich, eine Statue umgeworfen. Ähm, ein paar Mal haben kleine Blockaden gebrannt, glaube ich. Aber das ist auch so Sachen wie, guck mal, ey, in Lützerath sind Molotows geschmissen worden. Ey, in Lützerath, da hat man einfach mal ein schönes Buch dabei. Lass die Luise neu bauen und einfach mal ihr Buch lesen. Ja, alles, was ich jetzt in die Kamera hinhalten könnte, würde mich wahrscheinlich doxen. Das Einzige, was ja noch liegt, was wahrscheinlich nicht bei der Hand drauf hat, ist ein Gebrauchtes Kondom, achso. Naja, da, ne, und da habe ich super Angst, dass da irgendwas draufsteht, dass die Räume der Ringkarte dann entwertet wird. Apropos hier doxen, ne, Ihan Kört, ne, dass morgen wieder die GDL-Streik, sag mal, betrifft dich das eigentlich auch? Ja, die streikt schon seit zwei Stunden, Digga. Echt? Der Güterverkehr wird schon seit Mittwoch, also heute 18 Uhr bestreikt und morgen früh um zwei Uhr beginnt dann der Versuch. Das heißt, du arbeitest auch nicht jetzt die nächsten Tage? Ich bin krankgeschrieben. Verdammt, schon wieder. Oder wieder, ja. Ich war am Montag auf Arbeit, ich bin, äh, ich hatte Dispo, das heißt, ich sitze rum und warte, ob jemand krank wird. Überraschenderweise ist keiner krank geworden, außer ich. Ey, voll geil, was du so machst, ne, den ganzen Tag. Ne, dann habe ich halt im Büro gedacht, komm, Alter, ich frage mal, ob wir was zu tun haben. Hast du wieder eine Möhre gegessen, aufentspannt? Ne, ich bin flachastabiert, ey, dass du regelmäßig meine Sprachnotizen da flext. Ne, eigentlich nur die eine, wo du voll turnt up auf hier Energy warst. Auf Autobahn warst du, der Pump mir ins Ohr gesummt hast. Gesummt, was heißt gesummt? Du hast einfach reingeschrien in den Lautsprecher. Das war mein klassisches Heimfahrtmixerie. Das gute, alte Heimfahrtmixerie. Ey, klassische. Das ist der Pump, der Pump. Oh, wo könnt ihr hier gepickt werden? Ich verstehe sie nicht, sie sagen immer das Gleiche. Ne, dann dachte ich so, ey, komm, ich gehe zu Fuß zum Edeka, sonst so ungefähr zwei Kilometer hin, zwei zurück, ne. Ne, ist sehr entspannt, keine Höhenunterschiede, ne, alles klar, ne. Ich gehe hin, kaufe was zu futtern, auch für hier so Brötchen und so, für die im Büro auch, also ich habe dann gefragt, wer will was, ne, ich habe dann nicht gesagt, ich gebe aus oder so, ne, halte mal ein Ballflat. Ja, ja, mach mal Fenster auf, gebe im Büro. Kommt zurück und muss für locker eine Stunde übelst rumhusten, ne. Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, du sitzt jetzt hier auf Arbeit, falls jemand anderes krank wird und machst nichts anderes als zu husten, was das Risiko, also ich bin gerade nicht produktiv und das Einzige, was ich mache, ist hier rum so zu husten. Digga, was ist das? Was ist das mit dir? Ja, und dann habe ich auf einmal, danach habe ich dann auch richtig krass Kopfschmerzen gekriegt, dann bin ich, habe ich dann am nächsten Tag, alle, ich gehe zum Arzt, alle. So, jetzt haben wir halt gestern am Blut genommen und heute habe ich, weil ich die Lungenröntgen und jetzt wird dann hoffentlich mal geklärt, was das ist, ne. Oder wie das dann, ne, und... Meinst du Krebs? Meinst du gut Krebs sagen? Es ist so abgefasst. Seit letzter Woche Donnerstag zuckt mir auch regelmäßig einfach mein linkes Auge. Okay. Seitdem haue ich mir Magnesium wie ein gestörter rein, weil ich von gut ausgesunden habe. Ja. Cool. Das nimmt am schnellsten Magnesium auf, das wissen viele nicht. Ja, ja. Nee, das ist jetzt Getränk in der Geburt. Na, und, ey, das fuckt mich so ab. Es fuckt mich wirklich. Ich will doch einfach nur gesund sein. Ich will, ich will mein Zirkel-Training machen. Ich will schwere Gewichte heben. Amenakwe, du mal da. Bei Barte des Propheten. Und so weiter. Naja, was soll ich noch sagen? Ja? Mach du erst mal eine Geschichte, komm. Ich war vor zweieinhalb Wochen ungefähr mal wieder... Ja, langweilig, was ich sagen wollte. Was ein Hurensohn, Alter. Ach, Alter, ja, Mann. Nee, ich war vor zweieinhalb Wochen ungefähr mal wieder, wie soll ich sagen, Kultur genießen. Bei uns in der Stadt gab es nämlich Hans Zimmer, die Musik von Hans Zimmer in Concert, ne? Real fucking talk. Pass auf, pass auf. Gab eine wilde Story dazu. Und zwar... Aber Hans Zimmer lebt? Ja, aber der war nicht vor Ort. Das war nur seine Musik quasi, die gespielt wurde. Von dem Orchester. So, pass auf. Wir sind dort angekommen, ne? Im Konzerthaus. Konzerthaus Klagenfurt. Wer es nicht kennt, hat es nicht erlebt, ne? Pass auf. Wir sind dort. Ich habe mir erst mal ein Mineralwasser gegönnt, ne? Bei der Bar dort. Was schätzt du, wie viel das Mineralwasser gekostet hat? 0,5 was? 0,30. Nee, 8 Euro. Real fucking talk. Mineralwasser prickeln. 0,5er Flasche. 0,8 Euro. Alter Schwede. Das ist schon hart, ne? So. Dann ich und meine Mom, wir so, wollen wir die Jacken abgeben? Nee, lass mal nicht. Klar, noch mal 20 Euro. Sparen wir uns die 3 Euro. 3 Euro wird es gekostet, ne? So, wir gehen rein zum Einlass, ne? Ist so ein Mann-Vibe da dort, ne? Du weißt nicht so ganz, ist es Mann, ist es Frau, wurscht, ne? Sagt es zu mir, nicht mit der Jacke. Da frag ich, warum? Ist ein Sicherheitsrisiko. Und ich frag sie, wo bitte geht jetzt die islamische Terrorgefahr von meiner Lederjacke aus, ne? Und da sagt sie, ist Vorschrift. Dann sag ich, wenn ich jetzt an ihnen vorbeigehe, was würde jetzt passieren? Ja, das geht nicht. Okay. Okay, dann geht's wohl einfach nicht, ne? So, wir haben unsere Jacken abgegeben. Das ist eine Alpha-Wall. Das ist einfach so eine Unsere Wall. Ja, genau. Wenn du die Quest-Jacke abgeben erfüllt hast, löst die sich auf. Du gehst, du wirst einfach die Spielwelt verlassen, dann wirst du wieder disconnecten aus dem Animus. Das müsste aber auch eigentlich verboten werden, dass man Leuten zwingt, die Jacken abzugeben. Ich finde das frech. Ich finde das, glaube ich, auch nicht erlaubt. Real Talk, ich glaube, das ist auch nicht erlaubt. So, wir haben die Jacken abgegeben. Drei Euro pro Person. Auf entspannt, ne? So, wir gehen wieder rein. Dann beginnt die Show. Nicht mit Schuhe. Geben Sie Schuhe ab. Nicht mit Schuhe. Entschuldigung, haben Sie Abitur? So. Dann, wir gehen da rein, setzen uns hin, ne? Kein Thema, ne? Auf einmal fängt an, hier Musik zu spielen. Orchester kommt raus, Musik spielt, ne? Flucht der Karibik, ne? Alles easy. Auf der Tenkenfräse, auf der Prüferung. Leider nicht, leider nicht. So. Dann läuft über dem Orchester war so ein Dreierbildschirm, ne? Drei Bildschirme zu einem Bild vereint. Die haben das aber nicht so ganz hinbekommen. Und dann war das Bild nicht so eben gestretched, oder so komplett über drei Bildschirme drüber gestretched, so richtig lang gezogen, ne? Da war so das Gesicht von Jack Sparrow auf drei Fernsehern entlang gezogen. Das hat so wild ausgesehen, ne? So, pass auf. Und dann kommt auf einmal ein Pirat raus, ne? So ein richtiger Pirat, ne? Der verzölt mir dann irgendwas mit, hier, ich hab, ich hab bei Flucht... Was? Ne, der war kein Schwarzer. Dann hat er mir... Alle Piraten heutzutage sind schwarz. Dann hat er mir verzölt, die ist kein somalischer Pirat. Nein, ist ein antiker Pirat gewesen. So, da verzölt er uns so. Er hat damals bei Flucht der Karibik mitgespielt. Ne, man hat ihn vielleicht erkannt. Er war der Gunner im zweiten und dritten Teil. Klar, logisch. Mehr kann sich nicht erinnern an den Gunner vom zweiten und dritten Teil vom Flucht der Karibik, ne? Gunnery Sergeant kennt man zum Beispiel. Ja, aber der ist aus Full Metal Jacket und nicht aus Flucht der Karibik. Macht aber keinen Unterschied, ne? Ist eh fast das Gleiche, ne? So, pass auf. Und dann gibt's, dann gab's drei, drei Sänger gab's, ne? Also es gab einen Sänger, zwei Sängerinnen, ne? Eine war aus Deutschland, eine war aus Südafrika. Und der andere hat sich vorgestellt, ich bin Simba. Okay. Ist wohl so, ne? War der schwarz? Ja, der war schwarz. Es war ein schwarzer Franzose. Ach, Franzose? Ja, es war ein schwarzer Franzose, der beim König der Löwen Broadway Musical den Simba gespielt hat. Achso, ich dachte jetzt, weil Simba, dieses... Nein, nein, da hat nicht Simba geheißen, ne? Nein, 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 nein. Es ging nur um den Charakter aus dem Disney-Film, quasi. Ich Simba. Ich Simba. Mi Simba. Du Adam, ich Eva. Ne, und dann haben die so ihr Ding gemacht, ne? Alles gut, steht da kommt... Und das, was auch noch sehr bemerkenswert war, die eine aus Deutschland, gell, hat, glaube ich, zehnmal ihr Outfit gewechselt innerhalb von drei Stunden, ne? Jedes Mal, wenn die rausgekommen ist, hat die ein neues Kleid getrankt. Jedes Mal drei Euro kostet, das ist ja schon abgefuckt. Ne, die musste ja kein Geld dafür zahlen, die war ja keine Besucherin. Denkst du. Pass auf, da war Mittagspause, äh, nicht Mittagspause, da war einfach so Pause, zwischendurch im Konzert, ne? Brotzeit war kurz. So, alle holen so eine Tupperdose raus, holen sie erstmal so Brot raus, auf entspannt. So, pass auf, pass auf, pass auf. Dann die eine hinter uns, ne, in der Reihe hinter uns, wir waren Reihe drei, ne? Grüße gehen raus an einen, die damals dabei waren, Hans Zimmer in Konzert, ne? Wer kennt's nicht, im Konzert aus Klagenfurt. So, pass auf. Wir waren Reihe zwei. Gang, 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 Gang. So, pass auf. Und dann, äh, war die hinter uns, war eine Lehrerin, ne? Hab ich da im Nahen einer rausgefunden, weil ich belauscht hab, was sie mit ihren Freundinnen geredet hat. Und, die hat dann so eine Flasche rausgeholt, so eine befüllbare Flasche, gell, so eine Metallflasche, ne? Kommt diese Frau vom Anfang wieder her und sagt, nicht mit der Flasche. So, die, die Frau fragt, warum? Ist ein Sicherheitsrisiko. Ich sag, ey, ich hab zu meiner Mama gesagt, ey, die kann jetzt ihre blöde Fickfresse halten, ne? Was zur Hölle ist jetzt ein scheiß Sicherheitsrisiko? In der Flasche kannst du halt brennen, also ganz ehrlich, mit einer Flasche kannst du halt einen Moltoff-Cocktail sofort barzeln, ne? Ja, gut, und in Amerika kannst du kein Flugzeug mit einem Feuerzeug besteigen, so, weißt? Ja, also, ich find eine Flasche realistischer als eine Jacke. Eine Jacke kannst du durchsuchen. Ja gut, eine Jacke kannst du auch anzünden oder auf die Bühne werfen, ne, theoretisch. Ja, aber in der Jacke sind weniger brennbare Flüssigkeiten. Ja, aber die hat ja aus der Flasche getrunken, Digga, jetzt halt mal den Ball flach. Ja, klar, ja. Die würde sich Isopropanol in der Flasche gehabt haben und sich gedacht haben, oh, für den Realismus gönne ich mir so einen kleinen Zipper. Es ist halt schon merkwürdig, dass, das wird jetzt eventuell heilig problematisch. Oh, oh, also, Uffräger, bitte pass auf, du hast wieder was für deinen Dritter-Account. Du brauchst einen Perso, um ins Schwimmbad zu kommen, aber keinen, um nach Deutschland zu kommen. Das, äh, gibt eine Cancelung, mein Lieber, das, äh, das, äh, ist heilig problematisch. Ich sag mal, es wäre vielleicht allen geholfen, wenn die Grenzen sicherer und dafür die Theater etwas lockerer wären. Ja. Ich sag, Theatergrenzen, auf. Ja. Waller-Theater soll auf sein. Ja. Merkel-Lufotze. Kaffee ist full, Theater ist fuller. Ja. So ist das. Und mein Stift ist ein Föhler. Schön gereimt, schön gereimt, schön gereimt, schön, schön. Hat sie überhaupt nicht gereimt, aber ist egal. Schöner Reach. Schöner Reach. Ja, ja. Roll and Play. Richtiges Pen-Game, Digga. Halt deinen Maul. Ey, diese Reime ficken einfach mein Arsch doch cremig, ne. Fuck, Harris. Junge, ich will ganz Sound zum Hintergrund hören, ne. Pum, 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 pum. Wow, 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 wow. guts allm,ı聊 änARDR. Der Sin indeed. Fahen, 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 fahen La effectivement. Hop,ala. Ich komme mit der Chopsaison, ne. Mit dem abgedrehten Tischchen. Mhh, so ist das geil. Mhh, so ist das geil. imgattensweit individuell Keeping, ja, fahen, Fahen, freie, ja. Ey, man, ich gehe runter wie die Vroom, vroom ouedsumtsumnsum. Oh ne, ja okay, ich schweiß die Vroom, vroomn mit der Chopsum, n enhanced ainbrei. Gang, gang. Ja, ich habe nichts mehr. Ja, pass auf, mir ist noch was aufgefallen. Erzähl. Ich feiere mal ein paar dieses Liliali-Lied in Polen. Da sagt er halt, ich habe den Walk nach Polen gebracht. Aber er klingt jetzt so komisch, dass alle immer behaupten, er hätte den Walk nach Polen gebracht. Ja, aber was für ein Walk eigentlich? Einfach, keine Ahnung, einfach so diesen Walk. Den Liliali-Walk. Ich verstehe doch auch nicht, was da, dieses ganze Subkultur. Ey, ich habe noch keine Zeit für sowas. Ey, weißt du, wir essen doch zeitig, verstehst du? Wir essen zeitig, schön, schön. Ja, ja, okay. Ja, ja, Klassiker. Dann habe ich da mit einem Kollegen hier zu Gabba Gandalf gesagt. Wer ist Gabba Gandalf? Einfach einen Kollegen, den wir kennen. Heißt der so? Steht das in seinem Perso drin? Gabba und dann nachher mit Gandalf? Nein, ich habe es verwechselt, der ist Erz-Gabba. Klar. Ja, wie konnte ich die nur verwechseln? Ja, ja, ja. Ja, und da meinte er so, ey, von hängen geblieben, Digga, das Lied ist eineinhalb Jahre alt. Hängen geblieben. Ja, wen juckt das? Und vor allem ist es interessant, dass, wenn du ein Lied hörst, das zwei Jahre alt ist, bist du hängen geblieben. Wenn du ein Lied hörst, das 20 Jahre alt ist, dann hast du einfach Musikgeschmack oder so. Ich bin generell jemand, der querbeet alles hört, aber ich gebe da überhaupt keinen Fick drauf, ne? Ja, aber keiner würde dir bei einem 20 Jahre alten Lied sagen, dass du hängen geblieben bist, weil dann irgendeinhalb... Wo ist der Punkt? Nein, Mann, das ist Pauschalisierung, Mutter, Vater. Generell jemanden dafür zu haten, weil er neue Songs hört oder alte Songs hört, ist generell behindert, ist fuck, ne? Weil es gibt solche und solche Songs. Ne, das hast du ja super oft, dass Leute halt alles Moderne hören, dann ist aber so eine Grauzone, wo peinlich ist zu hören und dann kommt dahinter wieder die Classics, ne? Also so gerade die ganzen Hibbidi-Hopster und so, ne? Also sag ich, 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 ich habe nur 90er Hip-Hop in meiner Playlist. Ne, aber wenn du ein Lied von 2020 hörst, dann so, ach Digga, das ist schon gar nicht mehr in Mode, bla bla bla. Gerade heutzutage wird ja die Musik gefühlt super schnelllebiger, ne? Ja, klar. Ich glaube, das hat auf Soundcloud sehr viel zu verantworten. Also Soundcloud persönlich, das ist schon mal das Online-Thema allgemein, ne? Also jeder Hurensohn kann ja auf Spotify. Wenn Leute zum Beispiel sagen... Nee, ich glaube, jeder Hurensohn kann auf Soundcloud, nicht jeder Hurensohn kann auf Spotify. Weil nicht jeder Hurensohn das Geld in die Hand nimmt. Du meinst nur 20 Euro? Ja. Ja, aber trotzdem, also jeder, der ein bisschen... Aber wer, wer, wer hört, wer entdeckt Leute auf Soundcloud, auch kein Schwanz? Ah, ich weiß nicht, die ganzen, die ganzen Cloud-Rapper sind ja auf Soundcloud irgendwie bekannt geworden. Ja, wer soll dieses Gegensatz machen, ne? Ja, selbst, selbst fucking Billie Eilish ist auf Soundcloud irgendwie bekannt geworden, ne? Ja, Mann. Würdest du eine Motorboot-Company auf der Brust von Billie Eilish starten? Eine was? Eine Motorboot-Company. Was ist das? So mit diesem Brrrr? Ja. Ja, müde ich. Weil ich weiß, was Billie Eilish für Holz vor der Hütte hat, ne? Ach, schon wild, ne? Ja, das ist super krass. Aber ich mag die eigentlich, weil die halt nicht so, ähm... Die ist nicht so auf, äh, guck mal, ich seh fickbar aus. Die Hünenoutfits sind auch einfach, aber mit den schlapprigen Jerseys und so. Die kommt nicht... Die ist nicht so diese Nicki Minaj, KDB-Scheiße, ne? Ich persönlich fühl ihren Kleidungsstil jetzt nicht, aber das ist nur so eine persönliche Präferenz von mir. Ja, aber ich nehme jemanden einfach musikalisch sofort ernster. Wenn ich nicht das Gefühl hab, dass sein Selling Point sein Aussehen ist. Ja, das... Gehe ich mit dir in der Chor, ja. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass die Musik, die sie macht, auch nicht wirklich originell ist. Das muss man auch einfach mal so sagen, weil es gab genügend Artists davor, an denen man ganz klar erkennt, wo sie sich orientiert hat. Du kannst gar nicht mehr neue Musik machen, so mit dir auf dem... Nein, aber viele Leute feiern sie dafür, dass sie irgendwie komplett das Rad neu erfunden hat, ne? Ja. Weil sie einfach unkonventionell ist. Gut, schön. Ja, aber unkonventionell ist sie ja trotzdem, würde ich schon sagen. Sie war mal früher nicht im Mainstream mittlerweile. Es ist halt einfach, muss man einfach mal so sagen. Ja... Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch... Ich möchte das auch gar nicht übersehen, dass man das jetzt mal schlimm ist. Das muss ich über Taylor Swift haten. Das gibt mehr Klicks. Du weißt, wie sie von Tokio zum Superbowl geflogen ist, nur um ihr Schatz zu geben. Alles geht, geschalt. Wobei, was jetzt wirklich ein bisschen problematisch ist, wenn sie irgendwie... Sie will aufrufen, beim... Bei den Wahlen für irgendwen zu voten. Da denke ich mir halt so, ey, du bist echt ein bisschen zu... Hattest du das getan? Ich weiß es nicht. Weil es gab ja dieses eine gefakte KI-Bild, wo man hier sie reingefotoshoppt hat, hier in Trump ist worden, hier Trump war Präsident 2024 und so Zeugs, ne? Ja, ey, das auch... Das war ja auch nicht echt, ne? Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass wenn Stars Wahlen quasi manipulieren. Ja, weißt du, der eine sagt, sie wollen halt ihre Stimme nutzen für irgendwas, der andere sagt halt Wahlen manipulieren. Ja, je nachdem, in welchem politischen Lager sie halt spielen, ne? Sie wollen ihre Stimme nutzen? Ja, dann geh wählen. Halt deine Fickfressung, geh wählen. Oder... Weißt du, was ich sagen würde, was okay ist? Weißt du, was ich sagen würde, was okay ist? Wenn du einfach Leute dazu animierst, wählen zu gehen, aber nicht konsequent dazu propagierst, was du wählst. Das würde ich... Da kann ich mit dir d'accord gehen. Wenn ich jetzt ein COD-Streamer wäre, meine Zuschauerschaft ist im Durchschnitt 14 bis 22 und ich sag den allen, ich sag dann hier so, ey, Amenakulium, geht mal wählen für die AfD und so blau oder irgendwen, keine Ahnung. Ist ja klar, dass ich dann eine Zuschauerschaft hab, die hat kaum Ahnung, ne? Wenn ich ein 40-jähriger Modelleisenbahner-Youtuber bin... Streikt der auch jetzt mit? Was? Streikt der auch mit, der Modelleisenbahner? Der streikt auch, die Modelleisenbahner streikt, ja. Das ist krass. Die scheiß Modellfiguren kommen einfach nicht im Ziel an. Verdammt. Mein Durchschnittszuschauer ist so 35, ne? Ja. Dann ist das schon was anderes. Aber der ist jetzt 35, sondern der ist 35. Ja, aber der Durchschnitt. Der Durchschnitt. Der Durchschnitt. 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 Okay. FASENACH! 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 Der Arme Narkoidum. Es ist eine Bombe! FASENACH! FASENACH! Das ist ein Zeichen unter Dreckung! Nehmt euch eure Stadt zurück! Es gilt das Kriegsrecht! Es gilt das Kriegsrecht! Das hat er wirklich so gesagt, ne? Ohne Scheiß! Wer hat aber gesagt, es gilt das Kriegsrecht! So, aber auch so ganz nonchalant weltmännisch so in einem Nebensatz eifert. Auf dem Auto vor dem, äh... Jaja, vor dem Gefängnis steht. Ah, okay, ja. Es gilt das Kriegsrecht! Oh, das ist... Ne, warte mal! Das war im Stadion! Das war im Stadion, nachdem er diesen Atomphysikant das Genick weggedreht hat. Auf links gedreht hat! Ach so, das hier ist der Einzige, die Bombe entschärfen kann! Ja, ja. Schade! Oh, verdammt! Es gilt das Kriegsrecht! Alter, der ist ja kaputt gegangen! Stell dir vor, du kommst... Du bist so ein GDLer, ne? Fangst du an zu deinem Typen, du so... Wir streiken jetzt! Es gilt das Kriegsrecht! Einfach so... Einfach so ein Fahrdienstleiter schossen! Ja! Es gilt das Kriegsrecht! Der hat sich so eine Bane-Maske einfach bei Amazon bestellt, ne? Und sagt jetzt, es gilt das Kriegsrecht! Mit Transfeindentzeit! Es gilt das Kriegsrecht auf dem Damenklo! Ey, wie witzig wäre so eine Zugansage, wenn die einfach in so einem Bane-Stil ablaufen würde! Ja, einfach zuerst verfahren! Nichts, der Hört, München, Hauptbahnhof! Es gilt das Kriegsrecht! Und du wirst eine Bombe in diesem Zug! Und du wirst den einzigen Atomphysiker finden, den ich noch nicht umgebracht habe! Ja, stell dir mal vor, so wie ein Speed, ne? Wo der einfach nicht mehr anhält, da ein bisschen Bombe entschärft wird, Alter! Das ist schon krasser Shit! Und die Regierung wirft mit Ribouges immer neue Wissenschaftler gegen den ICE! Hast du das eigentlich mitbe... Ist das bis nach Deutschland durchgedrungen? Das war letztes Jahr, glaube ich, bei uns... versehentlich, versehentlich, vielleicht war es ein Prank, ne? Statt einer Zugansage in der Hitler-Rede abgespielt wurde? Plastik! Das ist doch... Das muss ein Prank sein! Das ist doch so wie KFC! Die haben über ihre App eine Meldung rausgegeben, dass man sich zur Reichspogromnacht doch nochmal extra Käse auf den Bürger gönnen soll! Und sofort danach wurde zurückgerudert! Verdammt! Nicht schon wieder! Das die... Ne? Es war offensichtlich ein Troll! Warum sollte KFC Werbung zur Reichspogromnacht schalten und das auch noch betonen, so? Ja, Mann! Ich hatte damals lustigerweise die Scheiße selber auf dem Handy, da hab ich mich schon gewundert! Das war noch... Ich warte da sehr sinnsüchtig drauf, dass bei uns der KFC endlich aufmacht! Ach, da soll einer kommen? Ja, in Klagenfurt soll der erste KFC in Kärnten dann eröffnet werden, irgendwie im Sommer! Sehr gerne! Erstmal in vier Personen einmal gereinigt! Ich hab das in Wien oft mal probiert, als ich noch regelmäßig in Wien verkehrt habe! Und ich fand KFC eigentlich ganz stabil! Kannst du dich noch an eine legendäre Sprachnachricht erinnern, wo du mir und meiner Ex vorgeworfen hast und mir einen Tanzkurs machen? Ach so, ja! Wo dann irgendein Scheiß... Wo dann irgendein Scheiß... Ja, genau, wo dann irgendein Straßenmusiker war und du gesagt hast, ey, macht jetzt einen Scheiß-Tanzkurs! Ey, das hat ja sein können, dass du in einem Tanzkurs bist! Ja, glaubst du, wie ich dir dann eine Sprachnachricht schicken? Lustiger Zufall, mein Vater war zu der Zeit im Tanzkurs! Jörg, wir haben das Spielehende beim Tanzkurs! Ja, für so einen Hochzeitstanz, da musst du ja schon ein bisschen üben dann auch mal! Ja, ja! Hättest du dir einfach die Schlange machen können? Der Wurm, meinst du? Ja, hab ich doch gesagt! Ich glaub, die Schlange ist quasi, also der Wurm ist so, aber die Schlange ist so, auf dem Boden liegend! Er hätte auf einmal einen Boden twisten können, ne? Ich hätte Jörg dann mehr respektiert! Äh, ne, der Jörg, der kann, der ist, also der hat kein Taktgefühl, wie man sieht beim Schlagzeugspiel, aber tanzen kann er! Das ist schön! Er hat auch schöne Hände, wahrscheinlich! Ne, ne! Schwielen! Und man sieht schon, dass der Metallbauer ist! Scheiße! Vor allem Klosser! Scheiße, verdammt! Ich weiß, wer das Fingerring nicht so fühlen wird, ne? Deine Stichmutter! Oh, geil! Das ist ein bisschen zu persönlich hier, ja? Hier gibt's kein zu persönlich, Digga! Hier ist Free for All! Oh, 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 oh! Ne, das ist anscheinend ja immer noch ich! Okay! Dann ist wohl so, ne? Dann ist wohl so! Dann ist so einfach so! Ich fange das an, über deinen Vater vom Leder zu ziehen. Ja, erzähl mal. Nee, ich habe ja mein Nieren. Okay, okay, okay. Ich bin die moralische Karte, Alter. Ja, ist okay, ist kein Problem. Ich habe keine Moral. Ja, deswegen hast du auch so eine weiße Haut. Das ist zu krass. Das ging zu weit. Wenn du hell an die Hautfarben bist, desto schlechterer Mensch. Das habe ich von BLM gelernt. Und merke nichts. Von der Bayerischen Landesmedienanstalt? Von 4 Millionen Medien? Da habe ich mich über Hautfarben informiert. Ey, voll krass, dass die auch da einen Intranet-Artikel zu haben, ne? Was ist Intranet? Kennst du Intranet-Net? Nennt man Intranet nicht ein Internet, was Firmenintern ist? Ja, ja. Ja, wie soll ich darauf zugreifen? Vielleicht hast du eine VPN benutzt. Mit dem heutigen Sponsor des heutigen Podcasts. NotVPN. Mit dem VPN hat ich nicht dann an. Mit dem Coupon-Code stillreich88 kriegt ihr 2% auf euer 2-Jahres-Abo. Na, Link in der Videobeschreibung. Ey, ne, hä? Was? Was ist das für ein Intranet-Artikel jetzt? Ne, ich habe einfach nur einen Joke gemacht. So, ich dachte jetzt, du machst so eine Geschichte, dass die damals eine Intranet-Anleitung hatten, wie man mit Fällen des Drachenlords umzugehen hat oder sowas. Das glaube ich tatsächlich, dass das stattgefunden hätte. Wahrscheinlich, ja, ziemlich sicher. N-Wort. 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 Hast du noch eine Elch-Ruf-Story für mich? Ich müsste mir, wenn spontan, eine ausdenken, ne? Ja. Vielleicht fängst du an. Du hast die moralische Karte gespielt. Schön, 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 ja. Ey, als Gast hier, ja? Du bist ein Elch. Pass auf. Du bist ein Elch. Oh, ich bin ein Anthropomorph? Du bist ein Anthropomorfer Elch, der... Enzo hat letztens das Wort Anthropomorph in seinen scheiß Videos benutzt. Der hat von uns geklaut. Nie im Leben, das hat sich auch so Fehlplatz angeführt, war irgendwas mit One Piece mal wieder. Ich finde das auch scheiß Respektlos, dass Roxau unser Doppelmetal geklaut hat, ne? Das finde ich auch abartig, ja. Widerwärtig. Roxau. Der macht das auch so? Der macht unser Doppelmetal, macht der jetzt jedes Mal, ja? Ich finde, der sollte sich schämen. Ey, das ist wirklich schick. Roxau, schäm dich. Ey, echt. So, pass auf, du bist ein Anthropomorfer Elch. Es ist, ähm... Es gibt ja noch eine Geschichte zu Roxau. Ja. Roxau wird immer vorgeworfen, ein strammer Nazi zu sein. Letztens haben sich irgendwelche Syrer mit Afghanen in Stralsund nach einem Fußballspiel geprügelt. Ja. Kümmer dich mal, Roxau, was soll das? Zieh die mal mit einem... Bind die mal an einem Wagen an und zieh die mal quer durch die Stadt, ne? Ja, ey, ich sag mal vorwärts da, was ist denn das? Ja, dreh die mal auf links. So, pass auf, du bist ein Anthropomorfer Elch, ne? Es ist sieben Uhr in Deutschland. Du ziehst dich gerade an. Habe ich mir einen Knopperst schon oder kaufe ich das noch? Du hast es schon bei dir zu Hause, du holst es aus so einer Schublade raus, ähm, das, wo du deine ganzen, wo du deinen ganzen Süßkramm hast. Hast du auch so eine Süßkramm-Schublade? Ich hab keinen Süßkramm. Achso, das ist gut. Auf jeden Fall hast du so eine Süßkramm-Schublade, ne? Du holst Knopperst raus und du gehst auf deinen Balkon und holst einen Red Bull raus, was du noch, äh, in der Nacht eingekühlt hast quasi draußen, ne? So, das packst du alles in deinen Rucksack rein und du fährst, ähm, äh, äh, du gehst... Bin ich geistig behindert? Nein. Warum kühle ich einen Red Bull, um es dann im Rucksack wieder rumzuschleppen, wo es dann schön Temperatur aufbauen soll? Weil du in die Arbeit fährst, du Hurensohn, deshalb. Aber warum kühle ich es dann nicht erst auf der Arbeit wie normale Menschen? Weil du es schlecht trinken willst, wenn du auf Arbeit ankommst. Nein, es ist trotzdem scheiße kalt. So, du nimmst dieses Red Bull, du nimmst dieses Knopperst und du packst es in deinen Rucksack rein. Du ziehst dich an, du machst deine Jacke oben, ne, und gehst raus aus deiner Bude, ne? Du gehst Richtung Bushaltestelle. Es ist kalt. Es ist semi-kalt. Es ist, du trägst einen Pullover und eine Jacke drüber. Aber es ist eine leichte Jacke, eine leichte Jacke. Ich bin eine Frau. So, du gehst Richtung Bushaltestelle und du fährst Richtung Stadt inwärts, ne? So. Du steigst um. Du steigst so beim, wie soll ich sagen, Amtsviertel steigst du um, ne? Und, was? Was ist das? Da haben sich meine Bisse übergedeckt, da bin ich umgestiegen. Okay, du bist umgestiegen. So, du steigst aus und gehst fünf Minuten zur nächsten Bushaltestelle, ne? So. Gehst du vorbei und dann siehst du bei dieser Bushaltestelle, einen Obdachlosen. Der chillt einfach so auf der Busbank, ne? Und hat... So, bist du ja auch ein Elch? Das ist ein Obdachloser Elch, ja. Ein anthropomorpher Obdachloser Elch. Ja, ja, klar. Ja, klar. Nee, du bist nicht der einzige Elch in einer Menschenwelt. Okay, okay. So, und du siehst diesen anthropomorphen Obdachlosen Elch, ne? Mit einer vollgepissten Hose. Weißt du? Es ist so ein eingetrockneter Fleck drin. Der trinkt schon das dritte Dosenbier. Und du wartest noch so fünf Minuten auf den Bus, ne? Und du guckst da noch so ein bisschen rum. Vielleicht hast du auf Kopfhörer auf, ne? Vielleicht hörst du ihn noch nicht, weil du gerade Arm und Arm hast. Die beste Techno bei deiner Zeiten hörst. Und auf einmal siehst du aus deinem Augenwinkel, dass dieser Mann aufsteht. Also dieser Elch, Entschuldigung, dieser Elch steht auf einmal auf, ne? Geht ungefähr zehn Meter Richtung Hauptstraße zu einem Baum und pisst da einfach um sieben Uhr zwanzig morgens an einen riesigen Baum auf einer Hauptstraße ganz nonchalant weltmännisch hin und trinkt währenddessen ein Dosenbier. Du siehst dir das gerade an und denkst dir, jetzt muss einfach ein Elchruf kommen. Wie würde dieser Elchruf klingen? Okay, okay. Die Jury ist eine Semi einverstanden. Warum? Was fehlt? Die Jury würde eher so ein... Nein, nein, nein. Guck mal, was du da machst, ist so... Du fragst dich noch, ob pisst ihr da gerade wirklich dran? Ich bin aber kein Spasti, der sich fragt, ob jemand, der an einen Baum pisst, da gerade wirklich pisst. Ich seh das ja. Ich bin ein bisschen sicherer in meinem Handeln. Deswegen geh ich schon in den anklagenden Teil. Ah, okay, okay, okay. Ja, weißt du, du bist so einer von den Menschen, wenn jemand hinfällt, da fragst du, brauchen sie Hilfe? Ja, da liegt irgendjemand mit einem gebrochenen Bein, ja, der braucht Hilfe. Ich würde dann erstmal auslachen, ehrlich gesagt. Sei ihm so eine feige Fotze. Warum bist du denn so gemein zu mir, sag mal? Sei doch mal ein bisschen netter. Weil dein Elch eine Pussy ist. Warum bist du immer netter zu mir, wenn die anderen Rebellen gerade nicht da sind? Wer sind denn die anderen Rebellen? Das ist ein Family-Gall-Zitat, macht keinen Sinn. Ach so, das ist von der Star Wars da wahrscheinlich schon. Ja, ja, das ist von der Star Wars. Von dem schwulen Rebellen-Paar. Ich hab nur allein, wenn du Rebellen gesagt hast, hab ich gerade so, was ist hier los? Mö, 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 mö. Ein der neueren Staffeln angeguckt und schon zum Stück von Family Guy. Hallo? Family Guy auch stabil nachgelassen, ne? Ich find's ja sehr interessant, dass die überhaupt noch irgendwelche Handlungen haben, ne? Naja gut, Family Guy ist wahrscheinlich super leicht zu schreiben. Echt? Ja, weil die sich Witze ausdenken und dann basteln die eine Folge und dann packen die diese Rückblenden dazu. Das, was ich halt schwierig finde, ist, dass halt immer die Witze so Cutaways sind, ne? So Einspiele halt einfach. Ja, ich find das okay, weil es muss nicht alles eine Story haben, ne? Ich find auch, die besten Family Guy-Folgen sind die Brian und Stewie-Abenteuer. Weil das sind halt die Besten, da haben sie sich am meisten Mühe gegeben. Chris ist auch, hat auch seine Highlights, ne? Ne, Chris ist super scheiße. Also, von der Tierlist, von der Tierlist ist es Stewie, Brian, dann Peter, dann, ja, dann Quagmire, dann Joe, dann Chris, dann Meg und dann Lois. Lois ist einfach die, er ist einfach eine richtige dumme Fickfrau. Also, ich würde Peter und Brian tauschen, definitiv. Dann hast du mir eigentlich alles egal. Okay. Ja, ja, Peter ist lustiger als Brian. Das lustige am Brian ist, dass er halt so hasbar ist, weil er halt so ein Prolet ist. Ja, er ist scheiße, er ist ein Prol einfach, ja. Ja, ja. So, muss ich mir jetzt auch spontan eine... Du solltest dir spontan einen Elchruf aussingen, ja? Das war jetzt gerade die ganze Szenerie. Wissen wir jetzt wieder was von einem Elch, einem anthropomorphen Elch in der 1960er New York erzählen, der irgendwie hart schaffen geht, Taxifahrer ist und eine Frau zu Hause hat, die eine Todgeburt hat und deshalb komplett fertig mit dem Leben ist. Der war Klempner, Digga. Ach, der war Klempner, Entschuldigung. Der war einfach Super Mario. Ja, ähm... Nee, pass auf, pass auf. Ich pass auf. Wozu? Du bist ein anthropomorpher Elch. Scheiße, echt? Mhm. Krasser Schuss. Fahrst du mit dem Bus? Nee, der sich für 100 Meter Laufen interessiert. Das Problem ist, niemand interessiert sich für 100 Meter Laufen, ne? Aber du bist relativ gut da drin, ne? Ja. Und du kämpfst dich dann da auch so ein bisschen hoch, ne? Also innerhalb, du bist halt nicht das, äh, du bist das armen Haus, ne? Deswegen bist du auf keiner anerkannten Uni, du bist auf einer Underground-Uni, ne? Was ist eine Underground-Uni? Ist ja einfach in der Kanalisation, oder was? Die kennt man nicht dafür, dass die 100, also es gibt ja so Unis, die sind halt dafür bekannt. Das sind die zweite Wahl-Unis. Die vergeben Stipendien für Basketballspieler und sowas, ne? Und wenn du Basketball spielst, willst du da hin, oder, ne? Es gibt ja auch Unis, die halt auf Sport so, du bist auf einer normalen Uni, ne? Kannst normal am Uni 100 Meter laufen, der auch keinen Schwanz interessiert mitmachen, ne? Kannst du mir kurz einen Elchhof geben von einem weißen Basketballspieler, der das erste Mal in die Umkleide geht und sieht, dass er der einzige weiß in einem komplett schwarzen Team ist? Nee? Echt? Nee? Okay, okay. Ja, respektiere ich. Ist okay. Erzähl weiter. Eigentlich ist er so ein... Ich denke mir so ein... Mö. Fuck. Das Elch ist ja für... Fuck. Mö. So ein... Mö. 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 Naja. Du nimmst... An diesem 100-Meter-Laufteil, was keinen Schwanz interessiert. Ja. In der Schule bist du auch nicht sehr beliebt, weil obwohl du halt auf Landesniveau in deiner Sportarten mithältst, was in so gut wie allem anderen halt für Respekt sorgen würde. Also würdest du zum Beispiel Football spielen auf Landescollege-Niveau, ne? Ey, alle würden dich respektieren und so, ne? Ja. Ne? Und das Lustige ist, du hättest... hast natürlich auch die Wahl gehabt, ne? Weil wer 100 Meter ultrakrass im Rennen ist, der könnte auch einfach Running Back machen, sind wir mal ehrlich. Was ist Running Back? Das ist der dünne Schwarze, der schnell läuft. Ist das ein Quarterback? Nein, das ist der, der werfen darf. Ach so. Der Running Back ist der, der meistens die Pässe empfängt. Ah, der vorläuft quasi zum Tor. Ja, ja. Ah, okay. Und dem sein Ziel ist, es ist schneller zu sein als der andere, um halt dann an den Ball zu kommen, ne? Ja. Das hättest du auch machen können, dann wärst du bei den Mädels beliebt und so weiter. Aber das ist dir alles egal, weil du kannst da nie so schnell laufen, wie du willst, weil du ja auch noch auf Spielfilms achten musst, ne? Und bei 100 Meter macht man quasi den Kopf zu und läuft einfach 100 Meter geradeaus und du bist da ultra, das ist ultra dein Ding, ne? Ja. Und deine Mutter sagt dir auch immer, ey, hier, versuch's doch mal mit Football, kommt, da ist doch kaum ein Unterschied, weil natürlich auch... Versuch's doch mal mit Gemütlichkeit, mit Edel, Edel, Mütlichkeit. In der NFL können alle quasi überlegen, alle, die diese NFL schaffen, leben ja wie Gott in Frankreich, ne? Aber für 100 Meter Sprinter gibt's am Ende nur drei Plätze oder so für Olympia und ist halt natürlich dann auch prozentual ein bisschen unrealistischer, ne, da mitzukommen. Deswegen, alle wollen immer, dass du, dass du, dass du Football spielst, aber du willst einfach 100 Meter laufen, ne? So, du, höchste Diskutanz wäre, ob du für 200 Meter Sprint gehst. Was finde ich eigentlich so geil am 100 Meter Lauf? Das ist einfach so, dass so simpel ist, ne? Dir geht da einfach einer drauf ab, das ist so der ultimative kurze Kraftvergleich. Kann ich's auch gut? Bin ich ein stabiler? Ja, ja, du bist auf Landesniveau, jetzt schon, ne? Okay. Und du setzt ja noch die ultimative Redemption Arc, so, ne? Arc. Du wirst immer besser, du kommst dann, du kommst ins Nationalteam, ne? Deine Mutter fängt langsam an, auch daran zu glauben und, ne? Niemand sagt dir mehr, ey, hier, mach's mit Football, mach da mal einen richtigen Sport oder sowas. Echt? Glaubst du? In Amerika ist doch Football super angesehen. Ja, nee, aber trotzdem, jetzt langsam akzeptiert deine Umgebung, dass du es auch gut kannst. Dass das, dass das was ist, ne? Okay. Und auch in deinem inneren, in deinem kleinen, aber feinen Freundeskreis und Familienkreis fängt man an. Im Inner Circle quasi? Ja, das zu verfolgen, ne? Fährt auch vielleicht mal mit auf das eine oder andere Event, ne? Ja. Vorher bist du noch im Bus hingefahren, kamst du da... Hat da auch ein Obdachlose irgendwo hingepisst? Ne, ne, ne. Deine Zeiten werden auch dadurch besser, weil du halt viel entspannter da an, ne? Deine Mutter fährt dich jetzt manchmal oder dein Vater. Ey, das ist Volk von meinem Bruder. Da kannst du halt ein bisschen pennen und so, ne? Und kommst dich so übermüdet da an. Mhm. Und du kommst zu Olympia, ne? Vor allem die, was Olympia? Einfach Homo-Shit, Turn-Up. Ey, einfach Olympia. Und du rennst da gegen die ganzen, die man kennt, die eigentlich alle irgendwie aus Jamaika kommen, weil das hat die 100 Meter. Aber gibt's auf Olympia, aber auf Football? Du bist 100 Meter, du Missgeburt. Ja, aber ich dachte, ich bin Football-Spieler. Nein, du bist 100 Meter Läufer schon die ganze Zeit. Warum bringst du doch die ganze Zeit vom Football? Weil deine Familie dich die ganze Zeit in Football quatschen wollte, weil da mehr Geld drin liegt. Ach so, das macht ja dann noch mehr Sinn. Ja klar, okay, ich bin einfach nur Läufer. Ohne das Football. Ja, ein 100 Meter Läufer. Ach so, ja, das muss ich ja dazu sagen. Das habe ich mehrmals gesagt. Jeder außer dir hat das verstanden. Ich habe es überhört. Gut, erzähl weiter. Bei Olympia startest du als Underdog. Die Buchmacher zerreißen sich in der Luft und die gielten eigentlich immer als sehr sicher. Ich bin nicht das Pferd, auf das man sitzt. Nein, du bist wirklich der Untergrund. Was dafür sorgt, dass deine Eltern auch sich denken so, ey, komm hier, für den Jungen und so, ist er lustig. Wir setzen mal ein bisschen Geld auf ihn. Bin ich weißer? Sagen wir ja für die, für die, genau, also für die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert ist, die Chance dadurch viel geringer. Okay. Weil die halt einfach nicht 100 Meter gewinnen. Nee, du bist schwarz und kommst von einem Community College. Harlem Shit. Harlem Shit? Harlem. Harlem. Startzeit von New York. Ja, ich weiß. So, und, ähm. East Harlem oder West Harlem? Ist dir scheißegal, das Schwarze. East Harlem. Ja. Und deswegen... Oh, ich bin gerade ausgedacht, einfach, ne. Weil du halt, weil du halt so schwarz bist, wollen deine Eltern... Ich bin schwarz wie ein Nachtaller, ne. Weil die halt auch arm sind und so weiter, ne, dein Vater ist... Trinken die aber auch, tragen die schöne alte Kleidung, so wenn sie zu diesen Events kommen, ziehen die sich schön an. Dass halt nach Olympia geht, ne. Das Olympia wird nicht auch dann vom Land gezahlt, so, ne. Trägt mein Vater dann so einen Anzug, der vor 40 Jahren irgendwie innen war? Äh, ja. Ja, also dein Vater ist aus der Zeit gefallen. Ja, okay, gut. Der hätte ja wahrscheinlich auch in dem Anzug Kommunion haben können, ne. Trägt er auch einen Hut? Ja. Okay. Setzt aber ab, sobald er sich hinsetzt. Das ist sehr realistisch, ja, okay. Ja, ja. Das macht das realistischer. Und deine Mutter hat unnötig große Ohrringe, ne. So ein 60er-Jahre-Kleid hat sie an? Äh, ich kann die Epoche nicht einschätzen. Sagen wir, sie hat ein 60er-Jahre-Kleid an. Ich hab mein Leben damit verbracht, 100 Meter zu laufen. Ich hab nicht so viel Ahnung von Mode. Ja, gut, ich hab die 60er-Jahre auch auf Koks verbracht, macht jetzt aber trotzdem keinen Unterschied. Ist wär egal, stell dir einfach ein Kleid. Alter, deine Scheißvieke fresse, Alter. Ist ja die Sommerlympiade, ne, deswegen ist das Kleid sommerlich. Ja, ist ein Sommerkleid. Aus Leine halt, ne. Oh, mit Blumenmuster. Ja, ja, klar. 60er-Jahre muss mit Blumenmuster sein. Ja, okay. Naja. Naja. Und jetzt startet dieser Wettkampf, ne. Ja. Gibt's eine Trillerpfeife oder eine Pistole? Pistole natürlich. Das ist geil. Das ist geil. Und du gewinnst das. Hab ich da PTBS, weil ich von den Kops mal aufgehalten wurde? Nee. Und du gewinnst das einfach, ne, und holst die Goldmedaille gegen alle Chancen. Gegen alle anderen Schwarzen halt, ne. Du holst Goldmedaille mit Weltrekord drin, ne. Oh, das ist krass. Du hast wirklich das krasste Race aller Zeiten abgeliefert, ne. Danach bist du im Hotelzimmer. Das Adrenalin lässt langsam nach, ne. Kommt dann mein Vater rein und lutscht mit dem Schwanz? Nee, pass auf. Du holst die Goldmedaille und einen Stuhl. Stellst dich drauf. Merkst so, ey. Besser wird es nicht mehr. Machst die Goldmedaille um den Deckenventilator. Und jetzt dein letztes Moo. Wie würde das letzte Moo klingen? Alter. Der ist gerade voll dark geworden. Okay. Nee, es wäre so ein... Und einfach weg. Einfach weg. Genickbruch. Warum, Digga? Warum ist er auch übertrieben? Ich muss mir auch spontan ausdenken. Alter. Josef Steinschleuder hatte mal eine lustige Runde gerappt, wo er auch die ganze Zeit gerappt hat. So, ey. Irgendwann schaffe ich es im Battle Rap. Irgendwann werde ich es schaffen. Silic respektiert mich. Meine alten Klassenkameraden schicken Gebäckstücke. Ich werde Dilltilly-Champion. Und dann hänge ich mich weg. Digga, das ist voll krass. Ich bin die Vorstellung, einfach so für irgendwas hinzukämpfen und dann nur, weil man es hat, den kompletten Lebenswillen quasi zu verlieren, weil man es ja jetzt hat. Ich stelle mir vor, dein Lebensziel ist einfach ein Kind zu bekommen. Im Kreis halt schießt du dich dann einfach oder so. Stabil. Das ist aber unhöflich. Ja klar, ist ja auch laut. Ist ja auch fürs Kind unhöflich. Das Kind kommt ohne Vater, aber mit Hörschaden. Ein schönes Ding. Schön. Das ist geil. Ja, okay. Vater 0, Gehörschaden 1. Entschuldigung. Bistolenkuchen auch 1, ne? Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin eigentlich ganz stolz auf meine Geschichte. Du, ich bin ganz stolz auf unserem Podcast, würde ich sagen. Die wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn du einfach zugehört hättest. Ey, ich habe super zugehört, ich war voll aufwechselnd von dem Lässt dabei. Ja klar, du hast das Ganze, das geht nur mit einem Running Back. Coole Sache. Ey, ich dachte eigentlich, es gibt einen Quarterback, der einfach läuft und die Regeln von voll verstößt. Ey, das ist kein Regelverstoß, das darf der auch. Der Quarterback darf auch laufen? Ja, das ist natürlich auch eine legitime Taktik, so zu tun, als ob der Quarterback passen wird, aber dann einfach durchzulaufen. Kann ich das Quarterback theoretisch komplett bis zum Tor laufen? Ja, aber das Ding ist halt, der Quarterback ist der Einzige, der nach vorne werfen darf. Also jeder andere darf nach hinten passen. Wenn du dir tot und hinter dir läuft einer, so ein bisschen wie abseits quasi, kannst du nach hinten werfen oder auf einer Höhe. Kann ich auch während des Tackles quasi so zu meinen Teamkollegen werfen? Das wäre aber geil, das würde sich ja gar nicht sehen. Ja, du hast natürlich das große Risiko auf Fumble dann. Was ist das Fumble? Dass die anderen den Ball kriegen und dann ist Seitenwechsel. Achso, okay. Weil das spielen ja im Prinzip vier Teams. Vier Teams? Jedes Team hat ja eine Offense und eine Defense. Das sind verschiedene Leute. Und die spielen ja abwechselnd gegeneinander. Und bei einem Fumble heißt dann halt... Irgendwann erklärst du mir mal die Footballregel und da habe ich so einen Durchblick. Ich verstehe dir auch nicht zu 100%. Wir werden das einfach gemeinsam durchstehen. Ich habe halt früher NFL Street Spiele auf der Playstation, da lernt man da ein bisschen was. Ich habe früher Skate 3 gespielt. Trotzdem würde ich mich jetzt nicht in den Skate Bug begeben. Nee, aber das liegt auch daran, dass Skaten halt zu 100% geschick ist und es nicht so viele Regeln gibt. Könntest du mir eine Regeln nennen aus Skate? Ja. Niemals die Gravitation vergessen. Immer die Gap closen? Immer die Gap springen, ganz wichtig. Ja, ja. Ja, und immer dann, wenn das Board weg ist, einfach die Hand aushalten, dann fliegst du mir automatisch zu dir. Ist das so? Das ist in Skate 3, ist das wirklich so. Egal, in welchem fragwürdigen Winkel du eine Halfpipe trittst, am Ende kommst du wieder richtig raus. Das ist kein Problem. Und sonst spust du einfach mit dem Video Editor zurück. Eben, eben, eben. Du brichst dir ein komplettes Genick, du kannst keine Art mehr bewegen. Oh, der Video Editor, verdammt, dich schon wieder. Komplett. Das war auch oft Träume, in denen du dich so stark verletzt, dass das auf dein zukünftiges Leben starke Einflüsse hätte. Oder du etwas kaputt machst oder wen anders verletzt, was nicht da gut war. Ich habe vor ein paar Wochen einen krassen Traum gehabt. Aber du dann im Traum einfach die Zeit zurückspulst auf einmal. Nee, das habe ich noch nicht gehabt. Das habe ich ständig. Aber ich spule so oft vor dem Traum. Aber ich habe einen krassen Traum gehabt, dass ich mal beim Gynäkologen war und geträumt habe, dass der mich untersucht hat, weil ich irgendein Problem beim After hatte. Und dann hat er mir erklärt, dass diese Verletzung nur durch eine Vergewaltigung kommt, wenn man in einer schwulen Bar betäubt und dann anschließend vergewaltigt wird. Und danach bin ich aufgewacht und musste auch erst mal ein bisschen grinsen, Alter. Weil es sehr abstrus war alles zusammen. Ach so, ich dachte wegen Hoffnung. Nein, nicht wegen Hoffnung. Nein, weil es sehr abstrus war. Markus. Markus war da. Nee, Markus war nicht da. Markus war da. Markus saß noch im Wartezimmer. Ich bin aus dem Fenster dann raus. Classic. Klassischer Markus-Move. Klassischer Markus. Man sagt ja auch, Markus ist wie so Interpol. Die finden dich irgendwann. Ich spule, ich regle mich Zeit zurück in meinen Traum. Das ist krass. Es passiert immer irgendwas Schlimmes, was quasi nicht mehr rückbauchbar ist. Hast du schon mal so eine zweite Traumebene begeben, dass du im Traum geträumt hast? Ich glaube schon, ja. Das ist nämlich so Inception-Shit, ne? Ich hoffe, du hast immer einen Kreisel dabei. Das sind luzide Träume. Luzide Träume. Luzide Träume. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Hast du schon mal so luzide Träume gehabt? Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was war. Okay. Ich träume auch überraschend oft, dass mein Leben im Online-Ding ein Videospiel ist und im Nachhinein jedes Mal, wenn das die Grundvoraussetzungen sind, kann ich eigentlich davon ausgerichtet, ich sterben werde. Nur um Grund zu haben, zu respawnen. Was ist dein Lieblings-Videospiel? Ja, mein Kopf setzt schon mal so die Regeln fest, damit er mich in Zukunft einfach umbringen kann, in dem scheiß Traum. Also immer, wenn ich davon träume, dass es ein Videospiel ist, werde ich draufgehen. Das ist schon im Nachhinein klar. Das ist krass. Nee, ich habe eigentlich sehr moderate Träume, muss ich sagen. Also ich habe auch nie, ich glaube, es ist auch sehr, sehr lange her, dass ich irgendwie einen Traum habe, wo ich von aufgewacht bin, dann mitten in der Nacht oder so. Da hatte ich letztes Jahr einen, wo ich wirklich, da habe ich mich kurz, ich weiß gar nicht mehr, was war, aber ich weiß noch, der war richtig krass und ich musste mich kurz auf die Bettkante setzen und gucken, ob ich klarkomme. Ja? Oh, das ist krass. Ja, aber ich dachte so, Tick, das ist oft so, dass Träume, dass ich verstümmelt wurde und irgendwas, also nicht aktiv, aber dass ich irgendwie, ich habe meine Zähne verloren oder so, ich habe Zähne verloren, das ist ein Ultra-Albtraum von mir. Wurde auch der Pool geschlossen wegen AIDS? Ja, und da geht der Traum so lange, dass ich mich innerhalb des Traums schon damit abfinde, einfach, ne? Ohne Zähne zu leben. Ja. Und dann mache ich auf und habe halt wieder Zähne, das ist schon geil. Dann will ich erst mal was Schwieriges essen, sowas wie Schinken oder so, wo du weißt, das können Penner nicht hinkriegen. Schinken? Oder so wie Rami. Ja, weil Schinken, gerade so Sachen, wo du halt, wo wichtig ist, dass die Zähne schneiden, ne? Deswegen kann, Rainer kann ja zum Beispiel keine Salami essen, ne? Was? Das hat er schon öfter erzählt und das hat er auch in Zähne gezeigt. Der muss bei einer Salami-Pizza so drauf zuessen, dass die Salami in einem Rutsch reingeht, weil er die nicht abbeißen kann, wegen seinem Unterbiss. Alter, what the fuck? Das ist echt behindert, ne? Der reißt einfach immer den halben Belag darunter. Ja, ich finde es auch ekelhaft, dass der die Pizza auf einem Ganzen isst, ne? Das würde ich niemals machen. Ja gut, du bist auch nicht der Maßstab aller Dinge. Du isst auch noch direkt außer Pfanne, ne? Ich bin dann auch nicht im... Ich weiß halt auch, dass das weird... Also das Ding ist halt, es gibt halt eine Ebene. Du verhältst dich komisch, aber heimlich. Das ist sowas wie heimlich propeln oder so, ne? So, wenn du mal... Dinger, dann ist ja noch okay, aber wenn du anfängst in einem Gespräch, während du mit jemandem redest, einfach nach Öl zu bohren, das ist schon merkwürdig. Ja. Ey, alte Leute machen das ja super oft, dass wenn die was der NASA haben, das hat unsere Lehrer gemacht, einfach das so zur Seite raus... Kennst du das? Ey, das macht mein Opa. Ja, mein Opa macht das. Bis heute noch. Wenn du so redest... Dann kommt einfach so ein Jenny raus. Und dann kommt einfach so ein Jenny raus. Du kommst dann so einfach und sagst so, ja Opa, ich habe am Wochenende, habe ich meine Karriere als 100 Meter Läufer begonnen, bla bla bla. Und während er zuhört einfach so... da ist es so merkwürdig. Das finde ich... Unser Musiklehrer hat das früher mal gemacht. Unsere Musiklehrerin hat damals in der Tonleiter gelacht, ne? Als normales Lachen oder? Ja, ja, als normales Lachen. So hat die gemacht. Aber in einer perfekten Tonleiter halt, ne? Also erst Bullshit, weil du könntest es nicht raushören, ob die Tonleiter perfekt ist. Dafür fehlt dir einfach jede Grundlage. Ja, gut, okay. Für den Laien hat es sich perfekt angehört. Also es ist eine einfache Steigerung. Es ist einfach eine Steigerung gewesen. Nein, nein, in der Tonleiter ist keine einfache Steigerung. Okay. Was dann? Das ist ja präzise eigentlich. Ja, präzise ist ja, dass die Töne genau einen Ton voneinander weg sind. Das wäre ja. Aber das könntest du ja nie im Leben prüfen. Ja, ja, gut. Das wird dir nicht auffallen. Und dann sagst du einfach, perfekt, perfekt. Finde ich fragwürdig, wie du mit dem Wort perfekt umgehst. Nee, es klang halt jedes Mal gleich. Das war's. Ja, okay, dass die Lachen zueinander gleich sind, das glaube ich, weil... Nein, es klang exakt das... Exakt gleich. Ja, die Lachen zueinander. Ja. Ja, aber das sagt ja nichts daran aus, ob diese erste Lache überhaupt richtig ist. Du meinst, sie hat einfach immer falsch gelacht. Nein, sie hat... Hä, ihr Ziel war es ja nicht, nach Tonleiter zu lachen, du Mistgeburt. Ah, ich glaube schon. Ich glaube schon. Alter. Sie hat sich das einfach anträgen, in den Willfall-Talk. Viele Leute lachen ja immer wieder gleich, ne? Ja. Ich hab zwei Lachen. Ich hab auch drei, vier oder so auch. Und da weiß ich bei vielen davon, bei zwei davon weiß ich auch, wo ich sie her hab. Die hab ich quasi einfach adaptiert. Von mir geklaut, ist okay. Ja, von mir, ja. Ja, ja. Macht ja nix. Ich hatte früher ein Arbeitskling nicht immer so lacht. Das ist ja abartig. Als ich alles geschafft hab, hab ich quasi mit seinem Cousin geschafft. Mit seinem Cousin? Echt? Ja. Und da meinte ich, da haben wir so geredet, da meinte er so, ey, du hast doch hier aber da geschafft, ja, du hast da mal mit Jerome geschafft. Jerome! Und dann sagt er so. Das hat's ja die ganze Zeit immer lustig gemacht. Und irgendwann hab ich besoffen einfach mal in der Bar gemerkt, das hieß so. Das klingt, als wenn du irgendwie einen Schlangerfall hättest, ohne Scheiß, ne? Ja. Ey, der ist da. Ja. Was sind noch so lange lachen? Das muss genuine sein. Ja, ja. Das muss Content sein. Content wie ne F... Ne, komm. Wie ne F... Spaß. N-Wort. N-Wort. What's up, my N-Worts? Oh, ein bisschen schief. Ja, so. Ey, voll geil. Ey, ist richtig geil, wenn du das merkst. So? Ne, das ist einfach nur ein Doppelfoot, was du gerade gemacht hast. Aber dann so? Ja, das ist schon eher besser. Ich hab schon Wurstig gemacht. Was heißt du von The West Coast oder McDonalds? Keiner weiß. The West Coast ist mit denen hier gekreuzt, Digga. Nein, Mann, ist es nicht. Doch. Nein. Googles, Googles. Google selber. Schreibt es in die Kommentare. Das oder Pro. Mit Zirkumflakes, ganz wichtig. Und East Coast. Dä, du bist super behindert. Und da gibt es noch irgendwie... Was ist das? Das ist Central Time, ne? Das ist einfach Central Time. So noch... Das Crips. Okay. Real talk. Und die Blast... Was ist das? Das Doppelmelde. Ah, ist das keine Doppelhaushälfte? Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte. Baby crazy. Das ist so ein ganz krasses Ding, Alter. Das ist irgendwie so mit zwei Fingern und zwei Händen. Dichst du noch so... Zwei... Das ist aber mit vier Händen und zwei Fingern, ne? Ja, mit vier Händen. Das ist ein Zweimann-Handzeug. Ja, Mann. Ey, da ist es da hinten. Komm mal her, ich will Gangs halt zu werfen. Das ist einfach so ein armer Typ. Der ist einfach nur so am Starbucks beim Schaffen. Der kommt gerade von der Schicht, ne? Irgendwie. Und wird einfach so ein Gang-War reingezogen, weil er kurz mal seine Hände geboggt hat. Das war ein Rolling Down angefangen, glaube ich. Alter, viel zu wild. Ich hab mir die Tage noch mal die zwei Kicks-Man-Filme anguckt. Die zwei guten, nicht den Prequel-Scheiß. Ja, aber sagst du dazu? Geil. Welche fandest du besser? Der erste. Ich fand auch den ersten besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der zweite ist mir ein bisschen zu unreal. Also keine Ahnung, der erste... Ja, der ist wieder ober der Top, ne? Mit den States-Man und mit dieser ganzen hier weltweit durch den Virus zuversichtbar. Der States-Man geht vollkommen fit noch. Aber dieses ganze Virus-Ding... Und auch die Hunde. Die Roboter-Hunde sind zu viel. Oh, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war ja nur damals im Kino. Ja, also die böse hat so Robo-Hunde, die seine mit Pfeifen steuern kann. Aber die ohne Beine, die kommt nicht mehr vor, gell? Ne, die stirbt ja. Im ersten Teil, gell? Ja, die wird ja mit dem Nervengift aus dem Schuh getötet quasi. Okay. Was im ersten Teil krass war, war ja dieser Long-Take, den sie da in der Kirche gemacht haben. Ja, der war aber geschnitten, ne? Ja, ja. Also der soll aussehen, als wäre er es nicht, aber da... Ja, ist ja so wie bei 1917 oder bei hier Rope oder so von Alfred Hitchcock. Damals gut platzierte Schnitte, die man halt nicht erkennt. Ja, immer wenn irgendwas sehr da an der Linse ist. Genau. Wenn jemand verprügelt wird und durch Zufall ganz an der Linse vorbeifällt, weiß dann jeder Mann. Oder wenn irgendwas halt die Linse mal bedeckt, ne? Ja. Ja, die Szene war krass, aber auch allgemein der Humor, dass wir die zwischeneinander spielen. Im zweiten Teil hat er ja Amnestie, ne? Und dann nervt er eigentlich nur mit seinen halben Schlaganfällen, wo er die ganze Zeit... Ja, so ein bisschen wie Agent K aus Man in Black 2, ne? Ja, ne, der ist ja sofort einsatzbereit, sobald er dann wieder ready ist, ne? Ja, ja, aber am Anfang war der ja auch so eh nicht, ne? Ja, aber da ist es nur Kurt, da ist das irgendwie cool, aber der hat ja die ganze Zeit so Komplettausfälle und dann behindert er ja auch teilweise die Mission deswegen und... Behindert! Obwohl der schon rafft, wer der Verräter ist, glaubt man ihm dann nicht, weil er halt so Matsch im Kopf ist, ne? Ja. Und auch der Bösewicht in Teil 1, hier... Der Lisbon, der Samuel... Samuel Jackson, ja, als Valentine hat einfach ein bisschen überzeugender gewirkt, ne? Und die machen ja auch im ersten Teil immer so lustige Einspielungen auf alte Agentenfilme und die Fehler, die dann so indirekt auf sie selber zutreffen, das ist schon ganz lustig. Ah, und natürlich ein blutrünstiger Schurke, der kein Blut sehen kann, ne? Als Samuel Jackson, ne? Ja, ja, der macht ja wie einer schießt, wie einer schießt, dann sich umdreht und sagt, oh Gott, 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 oh Gott. Hat er dir auch irgendwie mal was von McDonalds da mitgebracht, da im ersten Teil? Ja. Kann man nicht mit so einem McDonalds-Sackerl an? Oh, die schwedische, äh, ne halt, ne, das ist, das ist, wo er den, ähm, Agenten unter falschen Namen trifft. Ja? und dann sagt er ich habe ich habe was von mcdonald's mitgebracht so sagt er es gar nicht der lässt auch so ein schreien rollen somit mit diesem bestecke mit diesem mit diesem silbernen glocke drauf ja und dann ist da so eine auswahl verschieden bürger und pommes und dann empfiehlt er doch mal das auch ein flex muss man sagen das ist ja geiler flex und er sagt hat der agendan auch noch so und zum schluss dann irgendwie einen wein von 63 mit mit einem twinkie ich wüsste wenn du ein böser super schurke wäre es der zufälligerweise reich wird wird es einfach nur ein kilo lasagne von lidl unter der weißen unter der silberglocke geben oh shit ich habe die von aldi probiert und die hat halt 300 kilokalorien glaube ich mehr insgesamt okay ja aber die schmeckt echt viel besser ist viel fester die von die von lidl ist halt schon eine halbe suppe muss man diese chef select die chef select ist super eigentlich ist er muss ja mal schicken wie die von aldi heißt die er für den scheiß aldi du missgeburt und hol dir einen kilo lasagne schick mir die lieber mal okay da müsste halt nie erfahren wie es schmeckt ja wäre ich vielleicht noch ein klein geh rein habt ihr aldi ne wie am hofer aber es ist halt aldi okay okay ja da gehst du einfach mal reinkaufst du einen kilo lasagne irgendwann machen wir mal einen kilo lasagne tasting ich warte immer noch auf die bocker challenge leider findet die dieses jahr nicht statt ja du musst ja noch bockert ich habe ja meinen meinen entwurf statt gegeben ja ich werde nicht on stream bockern ich will ja vor ort mit dir live bockern jeder hätte ich keinen bock drauf auch jetzt kein bocker drauf das ding ist eine bocker challenge zieht schon im nachhinein die motivation stark runter weil du halt diesen bauch voller bockers ne ich weiß hab du das vielleicht ein bisschen unterschätzt wie sehr das dann die stimmung und ich glaube das fühlt abartig und ich glaube das ist ja auch schlecht ja und dann wirst du auch träger einfach und dann ist da nicht mehr so viel mit endet mit enden trainend da liefere ich da so eine performance wie reiner zu haben diesen hase temen wenn es freitag ist schnell der einfach zehn bocker rein pfeffert so war der fall so farb woher weiß ich eigentlich wenn ich im club bin mit einem kaffee und erzieht schilder uns einfach so truisch man weiß ich eigentlich wenn irgendein moment so truisch das weißt du eh nicht weil nur die metter wissen was zur tru ist weil der schuhmittel er hat reiner hat doch mal ein entertainment vorgeworfen er wisst ja nicht was tru ist was der scheiß da hat er echt war da der versuch zu erklären dass tru vom tru metal kommt rein also einfach seine ficken teenie ball vorzuhalten das ist schon wahnsinn dass seine komplette welt in dieser einen sache stattfindet ja das ist ja nur eine fassade das ist ja nicht privat auch wirklich so aber weiß ich nicht ich glaube ich glaube nicht ich glaube reiner war nie so wirklich metal hat das war vielleicht 2012 2013 so aber danach hat der privat einfach nicht allgemein war natürlich war der nie ein metal hat ja 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 er hat er hat den metal hat gemimt sagen wir so der steht halt auf diese in eliterismus ja ja also gegenseit wurde heute ein video gepostet in die telegram gruppe in die ztk telegram gruppe ja genau die ztk telegram gruppe wenn ihr aus der telegram gruppe kommt sagt mal hoch der in die wochenende mit hashtag in die innen und überhaupt naja und da ging es darum dass es gibt so ein video wo sich jemand über pop kulturelle anspielungen innerhalb der 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 community der der metal community ärgert und den nervte parabol spiel der ne 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 und so ein anderer tru school meddler drüber abgefuckt dass hat leute gibt dass dieses helga oder das ist halt leute helga helga wie diesen namen hörte ich nie ne du rufst auf festivals helga da ruft er anders herger dann ruft alle helga und freuen sich das klingt super schwul oder ja ist auf festivals hat so ein ding naja aber der hat sich darüber aufregt dass er mal am tisch saß irgendwie mit seiner cousine und der ihr freund hat dann erzählt ja ich war dieses jahr auf wacken und auf allererstes habe ich natürlich ravioli auf kalt gegessen wie es sich traditionell gehört also als echte festival experience an der satz digger warum gibt es so poser geschichten und warum gehört das dazu dass das erzählen hat leute wie nie da waren oder nur einmal dann irgendwie so eine to do bucket list scheiße da aber ich war damals auf wacke ich habe damals isopropanol auf erhitzt getrunken auf entspannt hat er sich halt übelst drüber abgefuckt dass nach wacken auf der heimfahrt jeder zweite gerufen hat wacken ist vorbei du spaß die haare und sich alle gegenseitig mit diesem lot of tweet scheiß genervt haben und da ist doch drüber aufgefuckt dass man die metal teilweise mit reiner verbindet und dass er das metal heute so geprägt hat aber eigentlich will dem metal keiner was mit ihm zu tun haben und wenn er am ende sitzt ja aber rein ist ein meme in der metal szene das ist halt das witzige daran ja aber der ist dann full elitär gegangen und halt doch mal den ballflat eben manchmal fenster auf kipp halte wurscht und den ballflat hast du mal diese neuen basketbälle gesehen ja diese diese luftlose da so tik tok missgeburt hat ein video hochgeladen aus welcher höhe kann ich meinen ball fallen lassen bevor er kaputt geht und alle sagen spaß dir das ist ein ball und er fängt halt an mit ein feet nichts passiert drei feet fünf wie 13 das höchste ist 50 feet ich hätte mal geschätzt so 350 meter einfach mal danach wird's kritisch glaube ich ich glaube den kannst du gar nicht kaputt werfen einfach normalen basketball den ball ach so den luftlosen bei nee das glaube ich fast auch nicht weil er einfach irgendwann nicht mehr beschleunigen kann es gibt ja zum beispiel auch spinnenarten die können nicht durch fallschaden sterben die einfach zu leicht sind dafür die haben einfach das system ausgedrecks ich habe da ich habe das video von an box therapy zugesehen und es fühlt sich das hört sich auch ganz ganz komisch an wenn du den den bauernst den ball der ist übelst leise damit kann ja in meiner wohnung ein bisschen dribbeln aber der soll sich angeblich so anfühlen wie ein richtiger basketball angeblich ja ich denke das ist eine geile sache weil ich weiß nicht wo du mal basketball gespielt hast das ist so schlecht wenn du keinen wenn du nicht so einen richtigen platz hast mit diesem korkartigen boden dann kannst du alle zwei wochen einen neuen basketball kaufen wieso das ja weil er kaputt geht ach so wenn du jetzt so so auf was falsch bist du dann wettst du einfach ab ja das ist übelst behindert okay ist das der grund warum die bei der bei der bei der basketball turniere immer auf holzboden spielen ist das nicht so ein holzboden auf dem die spielen in hallen auf jeden fall ja ja warum sollte man auch asphalt in der halle legen du missgeburt ist das so abwegig hallen fußball findet auch immer auf holz statt ne doch nein bei allen das ist kunstrasen in der halle natürlich wir reden nicht vom stadion wir reden von der halle ja ja da ist kunstrasen digga niemals doch lassen in der halle du bist geistig behindert ich rede sich von von hier total in der schule in der in der in der schule reden von turnier von indoor fußball einfach da ist super das ist 100 pro ist da kunstgras drin von ohne halt deine scheiß fischfresse da ist sowas von kunstgras drin nie im leben doch alle ja google es kommt ich sehe doch eh dass du schon das fenster offen hast ich habe doch früher selber fußball im verein gespielt und wir haben auch im winter natürlich hallenturniere hier ist ein bild zum kunstrasen wirklich wirklich echt von 1998 ja wir sind aber auch hunderte mit wie heißt der scheiß mit parkett oder natürlich außer holz geht natürlich auch dieser klassische plastikboden von der turnhalle plastikboden das jetzt ach so dieser 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 vinyl boden ja ja der so was wo dann auch wo dann halt auch diese all in one zeichen drauf sind damit du alle spiele ja ja der ist so abgefuckt aber auch in verschiedenen farben wir hatten damals im turnhalle in verschiedenen farben da war dann da war dann irgendwie grün fußball rot war basketball da gab es noch tennis volleyball und sowas war alles gleich ne alter das war super wild ja gut schwarz ist klassisch das außenfeld weil das halt bei basketball und fußball ungefähr also ein fußball ungefähr gleich ist okay also lustigerweise jetzt soll real talk wenn ich auf bilder gehe finde ich mehr von diesem vinyl boden aber wenn ich auf den artikel für allen fußball gehen finde ich mehr kunstrasen ja ein fußball keine ahnung dass also aber wir können uns auf einigen behalten fußball sollte kein kork boden sein also diese dieser dieser sportplatz boden er ist ja eh nur für draußen ja da können wir uns hoffentlich darauf einigen ja ja weil der wasser durchlässt und scheiß er wäre auch glaube ich super teuer das oder in der halle einzubauen teuer nicht glaube ich aufwendig ich glaube dass die aufwendigkeit macht es teuer ich habe mir vorstellen dass er mit dem klima von der halle nicht klar kommt mit diesem warmen und trockenen echt vorstellen ja dass der draußen luft braucht aber du weißt du musst so immer ein bisschen befeuchtung haben ja ja oder einfach nicht aber weißt du was auch wild ist kennst du diesen spielplatz boden der so komische holzstücke hat diesen holzstücke boden da wo du so kleine holzstücke hast als als bodenmaterial also wieder als sand er dann geworfen meinst du ja 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 so ähnlich ganz ganz kleine holzstücke quasi ne ja 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 der ist super arbeitig das ist ja rinde glaube ich ja rinde sowas dürfte das sein ja es ist rindenmulch oder so ich glaube das wort heißt ich habe mulch ist das ich glaube dass das könnte hinkommen ja ja es heißt rindenmulch ich bin sowas von der ist wild der boden ich hab den nie gefühlt ich fand den immer scheiße ja gut also der ist ja auch jetzt traditionell wird der weniger zum spielen benutzen also ich also nicht für sportarten aber deshalb wenn du so einem klöder gerissen hat schülst ne dann ist der oh er hat's gesagt oh er hat einfach gesagt ne mutter geriff ne lebt leider noch im grieger zu deiner da finde ich mein vater vater so was ist das finde ich mein vater vater ich nenne mein vater auch vater du hast den erzeuger kreid mal gefahren habe ich mal ja ich habe meine meine vielleicht geändert abgefuckt der erzeuger kreid um bei warte des propheten ich hab mir last epoch gekauft was hast du dir gekauft last epoch was ist das das was blagax die ganze zeit spielt das ah ich habe jetzt von fantasy rebirth gekauft auf die empfehlung vom trendigen torben grüße gehen erst mal raus an dieser stelle da ist ja wirklich trendiger torben ist ja aber ich sage trendiger torben dazu okay ich warte okay uhrensohn hörst du eigentlich regelmäßig immer noch den little wayn fers an nein warum nur für das lächeln danach okay kennst du eigentlich diesen wilden song von wie heißt der typ mit dem little wayn die saison gemacht hat tiger ich glaube das tiger ja der hat mit mit g easy und co hat der bei den song mit ein paar porno noten gemacht auf unzensiert angelehnt muss immer schicken naja kann ich nicht ernst nehmen das hat auch wieder ey guck mal wir haben nice the bitches der 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 song ist auch glaube ich hier hier können wir doch freunde sein auch wenn wir zusammen ficken irgendwie so das glaube ich die kernmessage dieses songs also absoluter nonsens ja teils der gemeinhalt kann ich nicht leiden eigentlich da kann ich nur sagen fata margana von der erv und der beste lied 10 vor 10 ja 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 aww von harry king chris auch ganz groß ja oder durand sandstorm ne halt irgendwas der root heißen die nicht der rent der root so wie ja 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 genau so genau so ja genau so 1 1 1 genau der gleiche phonetisch genau gleich phonetisch auch ich kenne auch noch andere wörter sagte doch mal was ein ein wort hast du heute mehrmals benutzt weißt du schalazor was nein schalazor nonchalant meinst du nur im schalazor soll direkt zweimal den podcast nein auch noch ein tolles wort ist innenwinkelsumme jemand nutzt das doch weißt du wie viel weiß wie die innenwinkelsumme der das was ist ich krege gerade ultra traur in den hals ich habe schon die ganze expat zu trinken oh das ist scheiße ja erst mal die tauben anmachen ja das ist richtig schmutescheiße ich sitze ja immer in boxershorts der classic der classic cdk ich kann euch mal was erzählen jetzt wo cdk weg ist es gibt ja es gibt ja diese flacherdler theorie und man kann diese diese theorie sehr leicht entkräften mit der wissenschaft vollkommen richtig meine damen und herren und zwar nimmt man eine kugel eine kugel wie die wie dem planeten gut der planet ist keine perfekte kugel aber wenn ihr das konzept einer innenwinkelsumme kennt das ist wenn ihr ein dreieck habt und ihr nimmt die ganzen winkel und er bildet daraus eine summe aus den ganzen graden der winkel bei einer flachen scheibe ist die innenwinkelsumme liegt bei wesentlich unter 180 grad bei der plant wenn du jetzt ein dreieck ein großes dreieck nimmst du legst das über die kugel der erde drüber und bildest dann die innenwinkelsumme ist die richtig größer als 180 grad ne so ungefähr läuft das wieder mit der erde bist du gerade eingefroren ich glaube du bist gerade eingefroren ja wenn eingefroren lange weile ja voll geil geiler gag ja mann lass mal fertig man jetzt hier ja mach mal fertig hier ja lass mal verabschiedung machen jetzt hier ja war geil lassen kommentare was sollen die leute schreibt bitte nicht wieder was mit sekum flex und die leute einfach schreiben so true schreibt einfach am ende des kommentars so true ja schreibt schreibt das was ihr schreiben wollt aber formuliert als frage oder noch mal so schule hinten dran und fragt uns ob wir das kennen ja also hängt euch einen kommentar dann stellt ihr als frage und setzt ein kennt ihr das davor und davon nochmal so true am ende am ende hier kennt ihr das dann euren kommentar und dann so true so so mother fucking got them true amen akui amen akui so bis in drei monaten haltest du wurscht hoch rockgäste ade bis in drei bis in vier bis in vier bis in vier bis mine bis bis bis